Diskussionen hier heute geplant. Die erste beginnt um 16.30 Uhr. Da geht es um die, sagen wir mal, eher großen Fragen. Danach, was Europa zusammenhält, um eine positive Vision für Europa. Es folgt eine halbstündige Pause etwa ab 18.30 Uhr. Und um 19 Uhr beginnt das zweite Panel. Da geht es dann eher um die politischen Rahmenbedingungen, um die Erwartungen an Deutschland, der anderen Länder. Wir fokussieren uns dabei heute vor allen Dingen auf Polen und auf Frankreich. Und ich habe jetzt schon jemanden gesehen, der bereits da ist und weiß, was es hier zu erwarten gibt, nämlich die Veranstalterin selber. Es ist Ellen Überscher. Das ist Ellen Überscher, die seit kurzem Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung ist und jetzt da ist. Sehr schön, Ellen. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist und dir noch ein bisschen Zeit genommen hast. Denn ich denke, hinter den Kulissen gibt es jede Menge zu tun. Die erste Frage vorweg. Wie war die Resonanz auf diese Veranstaltung? Habt ihr viele Anmeldungen bekommen? Absolut. Die Resonanz ist großartig, weil es gibt ja im Moment gar keine aktuellere Frage für uns, die sich jeden Tag weiter zuspitzt mit dem Bruch des Iran-Abkommens durch die Vereinigten Staaten bzw. durch deren Präsidenten hat sich die Lage eigentlich zugespitzt. Und wenn man fragt, was ist jetzt eigentlich die Antwort, wonach suchen wir, dann muss man sagen, die Antwort ist Europa. Und genau dazu machen wir diese Konferenz und genau dazu machen wir den Druck, den es jetzt braucht, zu sagen, lasst uns nach vorne gehen, aber lasst uns auch überlegen, was ist eigentlich attraktiv am Projekt Europa? Trägt das alte Paradigma von der Friedensvision Europa noch? Und wenn es verändert werden muss, was ist dann eigentlich das Neue? Und wohin wollen wir gehen? Wohin wollen wir dieses Europa eigentlich entwickeln? Genau. Und dahin würde jetzt auch meine nächste Frage abzielen. Das erste Panel startet ja mit der Überschrift oder zumindest das Europa von morgen auf der Suche nach einer gemeinsamen Erzählung, dieses vielbeschworene Narrativ. Kannst du uns vielleicht mal inhaltlich schon einen kleinen Einblick geben, worum es da gehen könnte? Also da ich ja nicht die Keynotes halte, kann ich nur sagen, was ich für Fragen habe. Ich habe die Frage, ob das Friedensnarrativ noch trägt oder ob wir es weiterentwickeln müssen. In einem Europa, das natürlich aus dem Frieden herausliebt, das aber nach vorne denkt, das ökologisch verträgliche Ideen entwickelt, das ein soziales Europa ist, Europkriez protégé, das ist ja auch eine der Ideen von Macron. Wie kommen wir da aber hin? Und wer sind eigentlich die Träger dieser neuen Erzählung? Die muss ja auch jemand erzählen. Und nach meiner Beobachtung sind es sehr viele Leute U30, die nämlich, Erasmus wirkt, ein großes Interesse daran haben und gar nicht verstehen, warum entwickelt sich eigentlich Nationalismus und Zurückgezogenheit, Befürwortung von geschlossenen Gesellschaften. Gleichzeitig beobachten wir das, und das ist eine der Kernfragen, der innereuropäischen Kernfragen, wie überwinden wir diese Spaltung? Welche Erzählung setzen wir dieser Spaltung entgegen? Wenn das alte Paradigma, weil keiner weiß das mehr, wie das war mit der Politik der Machtbalancen im 19. Jahrhundert, in dem Bismarck perfekt war, die unterschiedlichen Interessen auszugleichen, das weiß keiner mehr. Deswegen ist Frieden selbstverständlich, aber ist Gerechtigkeit auch selbstverständlich, ist ein ökologisches Europa selbstverständlich. Das sind Dinge, denen müssen wir uns zuwenden. Und gleichzeitig ist die Lage, die außen- und sicherheitspolitische Lage für Europa nicht einfach, sondern extrem kompliziert. Aber gerade darum ist es wichtig, zu überlegen, wie schaffen wir eine positive Überzeugung für Europäerinnen und Europäer. Und Macron hat es vorgemacht, ja, es geht. Man kann mit einer pro-europäischen Politikwahlen gewinnen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir im Dialog natürlich, anders geht es in Europa auch gar nicht, aufspringen und sagen, ja, lasst uns diesen Zug besteigen und mitnehmen. Im Übrigen ist das jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt. Ein Jahr im Grunde vor der Europawahl. Und die nächste Europawahl wird entscheidend für diese Fragen. Ich frage mich, wer sind denn die Gäste des Eröffnungspanels? Wen kannst du uns da ankündigen? Also es sind eigentlich die Expertinnen und Experten für das Thema. Joschka Fischer, der ja auch in seiner Zeit als grüner Bundesaußenminister Vorschläge gemacht hat. Damals ist er vorangegangen mit einer Vision für Europa. Wie könnte das verfassungsmäßig aussehen mit seiner Humboldt-Rede? Und wir haben Calypso Nikolaidis, die selber schon als Person ganz spannend mehrere Staatsbürgerschaften europäische hat und noch viel mehr familiäre Wurzeln in verschiedenen Ländern, die verkörpert das sozusagen und lehrt jetzt in Oxford internationale Politik, hat wahnsinnig viel zu Europapolitik-Fragen gearbeitet. Und ich finde an ihr toll, dass sie sozusagen zwischen dem europapolitischen und auch rechtlichen, juristischen Fragen changiert und der ganz konkreten Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern. Wo erleben die Leute eigentlich Europa? Und das kann sie sozusagen auf allen Ebenen ganz lebendig und plastisch erzählen und vorstellen. Und dann kriegt das ja auch eine Gestalt. Und da freue ich mich drauf, dass wir diese beiden Keynote-Speaker haben, mit denen wir dann in die Debatte gehen. Gibt es denn, abgesehen von den tollen Sprechern, die ihr hier habt, auch noch andere Highlights, auf die du dich freust? Also die ganze Tagung wird ein einziges Highlight. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Diskussion führen, dass wir die Debatte führen miteinander und dass wir sie ehrlich führen. Dass wir sehen Verunsicheren und Ängste. Und ich hoffe, dass es Leute gibt, die sich trauen zu sagen, ja, aber ich habe auch Angst, was zu verlieren oder ich gehöre vielleicht nicht zur kosmopolitischen Elite. Und was ist das eigentlich für mich für eine Antwort? Ich hoffe, dass die Leute, die dann hier an der Konferenz teilnehmen, sich das auch trauen zu fragen. Und dann wird es eine richtig lebendige Debatte. Bis natürlich hin zur Frage, die Große Koalition in Deutschland im Moment. Es passiert nichts. Also Martin Schulz, der ja ein sehr starker Vertreter und Verfechter der europäischen Ideen und des europäischen Aufbruchsfall, ist nicht mehr in der SPD-Führung oder innerhalb der Regierung aktiv. Und wir müssen Druck machen. Und das ist etwas, worauf ich mich freue, dass es mit dieser Konferenz gelingt. Prima. Vielen Dank, Ellen, dir, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast vorab. Es klingt spannend. Ich wünsche dir eine sehr gute und sehr erkenntnisreiche Diskussion gleich. Wir sehen uns in der Pause wieder, wo ich sicherlich von dir eine Zwischeneinschätzung bekomme, wie es gelaufen ist. Alles Gute. Bis dann. So, und in der Pause werde ich euch auch noch andere Sachen bieten. Neben dem Interview mit Ellen werde ich dann auch noch mit drei Stiftungen sprechen, Bürgerinitiativen sprechen, die sich gerade hier im Forum aufgebaut haben. Eine davon werde ich jetzt vorweg schon mal interviewen. Und die werdet ihr gleich kennenlernen und mal hören, wo ihr mitmachen könnt. Wir stehen jetzt hier unmittelbar vor Polis 180. Ihr seid aus einem Grassroot-Thinktank entstanden. Das ist Tore Hagemann. Und komm doch mal einfach rum und erzähl uns doch mal. Ihr habt euch auf die Fahnen geschrieben, vor allen Dingen die Interessen jüngerer Menschen im europapolitischen Entscheidungsprozess mit einzubringen. Was macht denn ihr da genau? Wie stelle ich mir das konkret vor? Ja, wir sind einfach, wir sind ein ehrenamtlicher Verein hauptsächlich. Wir sind eine Plattform, um Ehrenamt zu organisieren. Und bei uns kann eigentlich jede interessierte Person vorbeikommen und in AGs oder anderen Gruppen reinschnüffeln, sag ich mal, uns fragen, was wir machen und sich uns anschließen und Ideen mit einbringen. In dem Sinne sind wir inklusiv und grassroots und bei uns braucht man keinen Doktortitel, um Politik zu machen. Aber wahrscheinlich muss man dann doch eher jünger sein, oder? Wenn man die jüngeren Interessen vertreten will, gibt es da so ein Alterslimit? Ja, also wir haben jetzt kein direktes Alterslimit, aber natürlich sind wir tendenziell unter 30, sag ich mal. Aber ich will jetzt nicht sagen, also wer jetzt 30 ist oder älter, der darf auf gar keinen Fall mitmachen. Das wäre Quatsch. Ja, also es klingt ja soweit sehr spannend. Ich hoffe, es fühlen sich viele angesprochen mitzumachen. Vielen Dank dir jetzt erst mal dafür. So, uns bleiben jetzt noch ein paar Minuten, bevor es hier hinter mir weitergeht oder beziehungsweise anfängt. Ich habe in der Pause, die dann um 18.30 Uhr folgt, vor, Annalena Baerbock noch zu interviewen für euch. Das ist die Grünen-Vorsitzende und ich werde von ihr natürlich ihre europapolitischen Ansichten einmal abfragen. Und jetzt freue ich mich erst mal auf die Diskussion, die gleich beginnen wird, um 16.30 Uhr hier hinter mir. Es geht um die Zukunft, um eine positive Vision für Europa. Auf dem Podium werden, wie ihr gerade eben gehört habt, Joschka Fischer, der ehemalige Außenminister, stehen. Und Calypso Nicolae Ives, sie ist Professorin für internationale Beziehungen an der Oxford University. Und Ellen Überscher, die ihr gerade eben kennengelernt habt, die wird die Veranstaltung moderieren. Und wir sehen uns in der Pause wieder und bis dahin geben wir jetzt in die Studiototale. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Bell-Stiftung, Sie kennen das, die, die da sind, sind immer die Richtigen. Und da so viele von den Richtigen da sind, fangen wir an. Wir wollen ja über Europa im Aufbruch reden, über Ideen für eine progressive Politik. Das brauchen wir auch. Da können wir nicht auf alle warten. Hoffen natürlich. Ich habe damit noch nichts über das Europa der zwei oder mehr Geschwindigkeiten gesagt. Wir hoffen natürlich, auch bei dem größeren Thema, dass die, die noch fehlen, kommen. Und vom Flughafen durch den Berliner Verkehr rechtzeitig dann hier eintreffen. Aber wir müssen flexibel bleiben. Die Weltlage verändert sich. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 12. Europa-Politischen Jahrestagung, die jedes Mal ein Highlight in unserem Stiftungskalender ist. Ich bin Ellen Überscher. Letztes Jahr zur Europa-Politischen Tagung war ich noch nicht dabei. Aber kurze Zeit später bin ich eingestiegen als Vorstand dieser Stiftung. Ich heiße Sie herzlich willkommen, liebe Exzellenzen, liebe Mitglieder des Deutschen Bundestages, liebe Gäste hier im Saal und liebe Gäste online. Wir haben, das haben Sie gemerkt, eine Live-Berichterstattung in den sozialen Medien. Und wenn Sie sich darin beteiligen wollen, zwischendurch Hashtag Europa im mit großem I Aufbruch, Aufbruch auch mit großem A, dann tun Sie das, tun Sie sich keinen Zwang an, zwischendurch mal was rauszutwittern. Ich möchte schon mal gleich profilaktisch noch ein anderes kleines Geheimnis preisgeben. Es gibt, falls Sie Mitglieder des Europäischen Parlaments, beziehungsweise vor allem die Grüne des Europäischen Parlaments vermissen, es ist heute gleichzeitig eine Council-Sitzung der IGP. Und deshalb sind wir da ein bisschen zeitgleich und machen das jetzt über die sozialen Medien, bleiben in Verbindung. Aber das ist der Grund dafür, falls jemand danach fragt. Ja, womit soll ich anfangen? Mit dem Schock, unter dem Europa steht, wieder mal, mit dem Bruch des Atomabkommens hat der US-Präsident Trump das dritte internationale Abkommen gebrochen, wieder einen Stein aus dem multilateralen Gefüge der Weltordnung herausgebrochen. Viele sagen, vor allen Dingen in Washington, jetzt kommt es an auf Europa. Jetzt kommt es darauf an, dass Europa, so hat es ja die Außenbeauftragte Mogherini ausgedrückt, den Patienten auf der Intensivstation, nämlich das Iran-Abkommen, versucht zu retten, jedenfalls das davon zu retten, was da noch zu retten ist, bei einem Patienten, dessen Aussichten auf Genesung ungewiss sind. Sind die Zeiten nicht auch eher danach zu retten, was zu retten ist, auch was Europa selbst angeht? Nein und nein, gerade jetzt müssen wir uns entschieden und entschlossen zu einer europapolitischen Debatte versammeln über unsere Verantwortung für Europa, über unsere europäische Verantwortung in der Welt, nachdenken, reden, zu Lösungen kommen, gegenüber den Zumutungen aus allen Richtungen, westlichen und östlichen. Ist Europa im Aufbruch? Das haben wir mal so kühn gesagt, das ist auch bei Grünen ganz gerne so, dass man vom Aufbruch spricht. Oder wir können es auf Französisch wenden, ist Europe en marche? Ist Europa wirklich aufgebrochen? Oder noch anders gefragt, ist Europa eigentlich aufgewacht? Ja, einerseits in Frankreich, gerade noch rechtzeitig, bevor der Front National, der ja heute Rassemblee National heißt, die französische Republik übernommen hätte, mit verheerenden Folgen für Europa. In Großbritannien ist dieses Aufwachen, dieser Aufbruch zu spät, weil der knappe Ausgang einer Volksabstimmung, die ohne Präzedenzfall ist in der großbritannischen Geschichte, das Land in eine politische Krise gestürzt hat und die restlichen 27 EU-Staaten vor schwierigste Fragen stellt. Aufbruch also ja und Aufbruch also auch nein. Der autoritäre Turn in Staaten wie Ungarn und Polen, die eigentlichen Musterschüler europäischer, wirtschaftlicher, ökonomischer Integration und die Aussicht in Italien, ein, ja wie soll man sagen, eine allpopulistische Regierung eventuell zu bekommen, dessen Hauptgemeinsamkeit der Euroskeptizismus ist, das sieht eher nach Abbruch und Erosion aus und nicht nach dem Thema Finalität Europas. europakritische rechtspopulistische Kräfte in nahezu allen europäischen Demokratien, auch hierzulande von AfD bis FDP und Teilen der Öffentlichkeit, deren deutscher Euroskeptizismus im mantrahaft vorgebrachten Argument gipfelt, ja Deutschland kann ja nicht der Zahlmeister für ganz Europa sein. Das sieht alles nicht nach Aufbruch aus. Die Eurokrise ist nicht gelöst. Die Südstaaten leiden unter hoher Arbeitslosigkeit, geringer Wirtschaftsleistung und zugleich darunter die ganze Bürde der Rettung von Menschenleben aus dem Mittelmeer tragen zu müssen. Zu den Äußeren kommen die inneren Bedrängnisse, die zunehmende Zerrüttung, umgedreht zu den Inneren kommen die äußeren Bedrängnisse, ich habe darauf am Anfang hingewiesen, die Zerrüttung des transatlantischen Bündnisses, der aggressive Kurs Russlands, der nicht davor zurückschreckt, liberale Demokratien mit digitalen und analogen Mitteln zu schwächen. Aber dennoch, Aufbruch heißt losgehen, Vorschläge machen, Ideen entwickeln. Außer dem neuen französischen Staatspräsidenten, über den heute hier sicher sehr viel die Rede sein wird, der viele Vorschläge gemacht hat, beobachte ich. Und Sie können das auch draußen beobachten. Es sind viele aufgewacht, vor allen Dingen viele Leute U30, haben Initiativen gebildet, haben Bündnisse geschlossen und ich würde sagen, Erasmus wirkt. Für diese Generation der Leute U30 ist Europa gar keine Frage mehr so, es ist die Realität, es ist einfach die Gegenwart. Und das ist etwas, was mir Mut macht, wenn Sie auch daran denken, dass die Parts of Europe-Bewegung in der ungemütlichsten Jahreszeit sich Woche für Woche in vielen europäischen Städten, unter anderem auch in Berlin, versammelt hat. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht Mut machen. Nichts ist für ein Europa der Bürgerinnen und Bürger wichtiger als eine lebendige pro-europäische Zivilgesellschaft, die sich über die Nationen hinweg vernetzt. Ob das alles reichen wird, die Europawahlen im kommenden Mai zu einer starken pro-europäischen Demonstration zu machen, in Bezug auf die Wahlbeteiligung und in Bezug auf die Wahl pro-europäischer Parteien, ist noch nicht klar. Es wird davon abhängen, ob Menschen in Europa das Gefühl haben, es sind nicht die selbstgefälligen Eliten in den Hauptstädten und in Brüssel, die Europa machen, sondern es ist ihr Europa, es ist ihr Kontinent, ihre Union, ihre Geschichte und ihre Zukunft. Für die Grünen, die als Partei und Bewegung, deren Parlamentarisches erscheinen ja nicht im Bundestag, sondern bei den Europawahlen begann, ist das pro-europäische sozusagen in der DNA oder es ist eine DNA, die zu verantwortlichem Handeln in Europa und für Europa treibt. Über die Lösungen der drängendsten Problemkomplexe hinaus wird die Neuaneignung, das Reclaiming oder Regaining, so hätte die Konferenz übrigens auch reisen können, Europas nur für breitere Teile der Bevölkerung gelingen. Wenn es eine glaubwürdige Erzählung gibt, wenn klar ist, was reißt eigentlich Menschen mit, was begeistert Menschen für diese Idee, für die sie sagen, ja, es lohnt sich, dass ich mitmache für meine Kinder, für mich selbst, für meine Kinder und für meine Enkelkinder. Wie kann diese Vision aussehen, diese Erzählung von Europa und wie kann sie eine neue Pointe gewinnen? Ich persönlich finde, dass Jean-Claude Junckers Antwort, wenn Sie wissen wollen, warum Europa so wichtig ist, dann schauen Sie sich die Schlachtfelder vor Verdun und an der Somme an. Ich finde, das ist schwarze Pädagogik. So kann man heutzutage keine positive Vision für Europa mehr begründen, dass Europa ein Friedensprojekt ist und bleiben soll. Das finde ich ist selbstverständlich und steht außer Frage. Aber die Tränen, wir hatten ja, Sie erinnern sich, Helmut Kohl ist vor noch nicht allzu langer Zeit verstorben und die Tränen, die er vergossen hat, Juncker hat das ja bei der Beisetzung von Kohl noch mal erzählt, als die osteuropäischen Staaten beigetreten sind. Diese Rührung und diese Emotionalität bringen die nachfolgenden Generationen in dieser Weise nicht auf, weil sie Gott sei Dank zu dieser blutigen Geschichte Europas des 20. Jahrhunderts weniger Verbindung haben als die Generationen, die da noch selber mit involviert waren. Aber was konstituiert den gemeinsamen Sinn, diese neue Erzählung für Europa? Ich habe ehrlich gesagt an den Eurovision Song Contest gedacht. Das ist vielleicht eines der kulturellen Ereignisse, die in Europa noch die größte europäische Öffentlichkeit herstellen. Vielleicht ist das etwas, wo man anfangen kann. Aber wenn man da anfängt, ist es vielleicht eine notwendige, aber jedenfalls keine hinreichende Begründung für eine neue europäische Erzählung von kultureller Verbundenheit. Oder brauchen wir am Ende vielleicht gar keine Single Story, kein Narrativ, das sozusagen für alle gilt, sondern reicht es, wenn jedes Land seine oder vielleicht sogar jede Region ihre eigene Geschichte in die europäische Erzählung mit einschreibt? Wie lautet unsere Antwort auf die gesamteuropäische Vertrauens- und Solidaritätskrise? Welche Rolle will, soll Deutschland in diesen Debatten spielen? Das sind die Fragen, die wir heute Nachmittag besprechen wollen und von der wir hoffen, dass wir sie auch noch mit dem früheren Bundesaußenminister besprechen können. Aber jetzt besprechen und diskutieren wir sie mit jemandem, die wie keine andere für Europa steht, nämlich mit Calypso Nicolaides. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Sie lehrt in Oxford. Es gibt eine Brexit-Kommission in Oxford. Dieser Kommission sitzt sie vor. Und warum verkörpert sie Europa wie niemand anderes? Sie hat zwei europäische Staatsbürgerschaften, die griechische und die französische, wenn ich richtig informiert bin. Und gleichzeitig hat sie darüber hinaus spanische und deutsche Vorfahren. Also Sie sehen, niemand ist europäischer als Calypso Nicolaides. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen und Direktorin des Centers for International Studies im, wie ich erwähnte, schönen Universitätsstädtchen Oxford. Zuvor war sie an der Harvard Kennedy School of Government, wo sie auch promovierte, an der Sciences Po und dem College of Europe in Brügge. Sie hat natürlich unglaublich viel geschrieben zur europäischen Integration, zu internationalen Beziehungen, Demokratieförderung. Aber sie engagiert sich auch stark in Politikberatung, hat die griechische Regierung beraten, die britische, die holländische, das Europaparlament und die Kommission. Und wir freuen uns jetzt über ihre Keynote und auf ihre Keynote, die, mit der wir dann ins Gespräch gehen. Herzlich willkommen, Calypso Nicolaides. Applaus 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 Das kommt nicht hin, bitte. Danke. Applaus 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 I will take out these medical glasses so I can see all of you. What an amazing crowd. And you're all green. Never experienced this before. And indeed, 17th May, 50 years ago exactly, Ellen, did you choose this date kind of on purpose? Because exactly 50 years ago, and now I speak as a Parisian, this was the day during the movement when May 68 took a critical turn. Because that was the day when the workers and the students successfully joined together and launched the general strike, which was successful, strangely, in that strange France at that moment. So it's an exact day-per-day anniversary of a moment which really celebrates the fact that political movements do not have to be in their silos, national silos. Social class silos, ideological silos. It was that moment. And we are trying. It's not easy to remember this moment together. But, of course, we're here together. And you are here assembled in this wonderful conference to speak more about the present and the future. But I tell you, I was six in May 68. And so I remember, because my parents had me distribute leaflets in the streets to students about Greek dictatorship. And so I was really looking forward to the conversation with Yoshka, because I remember when I met him, I was in awe with him. I thought we were comrades in arm, too, but I was in awe, because he distributed much more consequential things. But I'm really very glad to be on this panel for this very important day in really a democratic space created by the wonderful Heinrich Bohl Foundation. And I thank you very much for giving me this opportunity to really speak with you and hear you and think together or ask questions together, especially, of course, the new generation. Well, you know, the problem when you're professors is that your students keep on getting younger and younger. So you have to, you know, love the young. So, you know, with Yoshka Fischer, we did share many green friends, including Francesca Brentner, who is here today and who is a wonderful comrade in Oxford. And we do share, and I think all of us, a passionate commitment for Europe, sustainability, internationalism. But lest you think, ooh, that's kind of boring, you know, OK, motherhood and apple pie. I hope we can kind of talk about our differences, too, our differences with Yoshka and with others, because there are difficult questions that we all need to talk about. And Ellen started us on some of those. And indeed, we all remember Yoshka Fischer's Humboldt speech when you're an academic, a boring academic like me. You know, it's his famous speech, and that defined the new constitutional ambition for Europe almost 20 years ago. And where are we today? But why? Where did we go wrong? What happened? Of course, you know, I'm not famous like Yoshka. And yes, indeed, at one point I was asked to be a wise man by the European Council. But then I came home, and my daughter said, Mom, how can you be a wise man? I think you're not a man, but I really know you're not wise. So that was my moment in the limelight, you know. Well, there you go. So if it's OK with you guys, I thought that in starting the conversation, instead of kind of giving you my narrative of Europe, which I can't because Ellen alluded to this a moment ago, I am someone who believes that there isn't a single narrative for Europe. They can never be. There should never be one. There are, in fact, as many stories about our European present and future together as well as our past as there are of you in this room and all your networks and worlds that you carry with you. And for me, the European adventure is how these stories converse together and hit each other and are compatible or not. What happens in this effervescence? So, indeed, I'm not going to be the one who tells you this is my narrative for Europe or this should be your narrative for Europe. This is about really how we conduct the conversation. And especially in a day like this, where you're all not being in the beautiful sunshine, you know, to be together. So I want to basically share five questions from some random callers that I have contacted and share these questions with you and ask you to think yourself how you would respond to their questions. Ah, the first question comes from Aristotle, my companion, my co-compatriot, Aristotle. And he's asking, he's asking, does Europe make us happy? Okay. Well, you would ask this, good old Ari, because I'm glad you're inviting yourself in our conversation. Because as I tell my students, you know, it's like the ads you see in the airport these days with HSBC. Innovative ideas have to rely on very old resources, like the windmills, like the wind farms. So we need you, Ari, and we do know, remember guys in your classics, that you do not believe in your master's, you know, Plato grand schemes of things with the philosopher king in Brussels or in Berlin or wherever, who knows, you know, our political desire, us, the oi polloi, they can read in our eyes and know what we want, right? No, you don't believe that, and you pushed back against Plato when he wanted to give us that. What you think, Ari, yes, you think that, you know, the ultimate goal and only goal of our being together is our happiness. And the only way to pursue it is through being nimble, adaptable, flexible institutions and mindsets. So I'm guessing, Aristotle, that if you are inviting yourself in our conversation, it's because you want to really encourage us to curb the messianic impulse, the messianic impulse that has inspired European project from the beginning. You know, the belief that our technocratic founding father, note there is never any founding mom in this story of Europe. Hmm, isn't that a problem? So they believed that, you know, basically the end justifies the mean, because the end is peace, whoa, you know. So anything goes when you want that end. In the name of the promised land, you can ignore, you know, the grumbling, the angst, call it what you will, coming from the votes, the polls. That state of mind was okay at the beginning. But I think what we've learned in Europe in the last 10, even 20 years, it's not okay anymore to have a mission and not really care that whatever the people think, right? So I'm with you, Ari. What you're telling us is, no, Europe cannot be a teleology. It cannot be, yes, Ellen, we are on the move, but we don't have to be on the move because we have this very specific goal, this very specific mountain that we all want to get to. No, we want to walk together in the wilderness, maybe, but that's what being on the move is. For us in Europe today, we don't need a teleology, right? That's the injunction for Europe today. And so then we want to ask, well, okay, then if Europe is not heading to some promised land and just here to kind of maybe respond to our unhappiness, which maybe is due to the world, you know, to Wall Street and, of course, to Syria and to all of those crazy things that are happening in our world today, well, Europe is the place that will, you know, try to make us a bit less unhappy, right? And indeed, if you talk to citizens and if you study the polls, as some of me and my colleagues do, you know, you will find that a huge majority of citizens, even those who express their angst by voting for Eurosceptic parties, very often they say, no, 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 Europe needs to cooperate on migration, on climate change, on finance. What citizens have a problem is, is not the fact of cooperation. It's not even the object, the substance of cooperation. It's the form, it's the way we do it in Europe. So we can't just say, oh, all is okay because citizens want more Europe. It's more complicated than that. And we can't just kind of simply laugh at the Brits. And I'm speaking as someone who's not British, but married to a Brit, nobody's perfect. And we can't listen to the Brits and say, oh, you're obsessed with your control, taking back control. Don't you know that we are stronger together? We control the world together if we pull our sovereignty. Well, yes and no, you know, because, I don't know, many of you must have adolescent kids like I do. And I tell you one thing, you know, when you have an adolescent 16-year-old daughter who slams the door of her bedroom and says, mom, I'm taking back control of my room. You know, you understand that control is a very, very basic human instinct. So how do we channel it in the world of politics so that it doesn't become sovereignism, nativism, exclusion of the other? Well, respecting the instinct for control. How do we do this? It's not that easy. But that's kind of what making people happy is about. But, of course, we have a problem with happiness as a European, you know, ambition. It's how big is our circle of happiness? Does it include our neighbors in the south of Africa or in the east of Europe? Does it include them, you know, much, much further away in the developing world? How big should it be that circle? So that's my first question to you from Aristotle. Thank you, Aristotle. Ah, ah, but there is a second question from no less than, ah, Kant this time. Ah, well, Kant, you're asking, what are you asking? Whether the EU we're trying to reimagine now altogether today on the back of this really bad financial crisis is faithful to your vision of perpetual peace, to the notion of Volker Bund that you constructed so beautifully almost 200 years ago? Hmm, help me here, guys, because I know every time I meet two Germans, I have three interpretations of Kant. So I know I'm really walking on eggs here. But can we agree? And here, sorry, I'm being a bit the professor, but that, you know, one really inspiring interpretation of Kant is that he was searching for a third way. As the oldest he became, the less he became just unreflexively universalist. Instead, he was saying, no, 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 yes, of course, we need to go beyond absolute state sovereignty, but we can't transcend state sovereignty. We can't have what I love, me, Kant, you know, cosmopolitan hospitality. That's really what cosmopolitan was, is you bring the other in your home. We, the Greeks, we love to do that. So we can't have that if there is no state power, state autonomy. You know, so he had these wonderful ideas about third way, and now Joschka is arriving just as I'm speaking about Kant, Joschka. I'm sure this was planned. Wonderful to see you. And so, Joschka, I'm asking whether we are trying to be, can we be faithful to you, Kant? Yes, you have the right question about this third way. And I myself believe that Kant was the first Demoicrat. Demoic being the plural of demos. That is, he believed that a union of states that was going to be in peace should be a union of peoples who govern together, but not as one. They're not trying to be one people. And who stay together by choice, which is why Brexit is a beautiful thing, even though I hate it, because it shows that we are in Europe together by choice, and that this choice is renewed every day. And that if you want to leave, guys, you know, leave. Any country, because we're together by choice. We are not like the U.S. who had its civil war in 1865 to show that you couldn't leave. That's not what we are. We are a federal union, not a federal state. And I'll be interested to hear, Joschka, because I referred back, obviously, to your amazingly inspiring Humboldt speech, you know, how we imagine, Joschka, that Europe has a third way. But indeed, what this implies, if you accept that Europe is a third way and not forever trying to centralize, is that we can't say us versus them. That when we speak of Eurosceptics in all of our countries, we need to distinguish between those who are truly about throwing the EU in the lake, or those who are skeptical, you know, like Socrates was, critical, transformative Eurosceptic. And we need to really think again about that conversation. So, and if we do believe in that Europe, which is a third way, we need to think very hard about how we revise monetary union. And I hope that Joschka and I and Ellen will have the conversation about that. How far do we go in risk sharing and risk control? But I will, this is, all of these questions are a tough call. But as they said in May 68, you know, be realistic, demand the impossible. So we will continue to try to figure that one out. And indeed, if we do believe in a Europe that is not forever centralizing, nor falling back into more state sovereignty, how do we deal with the challenge of the oppositions in Hungary or Poland, who ask for their help, as Ellen and I were discussing a moment ago, you know, what do we do? Does Europe become a big, big bully with conditionality through budgets? Well, maybe sometimes you have to, if they really go too far and break the values that make it possible even to be a union. Yes. But I prefer at least positive conditionality. And I prefer at the end of the day, empowerment. And I think this is a very, very green, obviously, philosophy that we need to think about how we better empower horizontally through social movements, the oppositions in these countries, the movements in these countries, without predetermining where they should go. And again, we can have a conversation about that. But that leads me to asking, is there a third caller? Give me a third caller. Yeah. Hegel? No, operator, please. You know, enough dead white male. You know, I think that Joschka Fischer and I share, among many other things, the fact that we love to be politically incorrect. But still, you know, we can't go too far with dead white male. And, oh, yeah, well, here is a whole bunch of people who are critical of Hegel and Judith Butler and all of that. And, well, but what are you all asking me? You're asking and asking us. So can Europe be reconstructed, if it's going to be this third way, around the horizontal ideal of mutual recognition between its peoples that, as we know very well, and as Ellen was reminding us a moment ago, are divided among many different lines, north, south, east, west, young, old, rich, not rich, educated, not educated, you know, all these divides, right? So what do we do about all this? And yes, yes, we have our European institutions and they're trying to do things, but there's no magic bullet if you still say, well, the solution is in Brussels. No, the solution is horizontal. It's in that spirit of mutual recognition between people. It's in those many stories that we were talking about and the fact that, you know, well, in the Erasmus generation, really, Ellen, you're so right, you know, who have passion for each other. In fact, there's so many Erasmus marriages, you know, so that's the avant-garde of European passion. And indeed, I think this question was good for me because it was a little plug for a book that I just published called, thank you, Hegel, The Greco-German Affair in the Euro Crisis, mutual recognition lost, question mark, and this is present for the foundation. but this book is a book where, with my two wonderful co-authors, we really try to get inside, under the skin of these two peoples sending insults at each other for so many years, and which we believe really was a microcosmos of our European predicament because they're denying each other's differences, but as Germans and Greeks fought more and more, that very conflictual engagement meant really getting your head around the complexity of the other side and how they might be more like you. And so that's the silver lining of this story. But of course, as Hegel, you're reminding us, how do you do mutual recognition in a situation of huge power asymmetry when there's the big guy and the small guy? And that's the story of Europe all over again for hundreds of years, except it's a very different story because the big guy is really nice. You know, here I am in Berlin, so I'm going to say this, but I actually believe it. But all I'm inviting you to think about today is the real transformative potential of mutual recognition as empathy and as grappling with differences in power, as telling us that Europe is not Brussels. It's a whole bunch of theaters of recognition that are all interconnected with each other at different scale. So if you take Catalonia, you know, you have a theater of recognition in Catalonia and then between Madrid and Barcelona and then between Spain and the rest of Europe and then with the global norms about secessions. So these are all these interconnected theaters of recognition and if you're not talking to the other in one, you're not talking to the other in another. But then we ask as Europeans, you know, we're supposed to be good at that. We used to call it reconciliation, right? I'm French and German. I have a mother who's French and German during the war, so it's something very personal, but it's personal for all of us in the room. But how do we intervene in mutual recognition struggles around the world? And I'm saying this as we are all with great angst watching what is happening in Israel-Palestine on this very day. So, but I could also ask and suggest that we talk about Brexit and ask what mutual recognition means in Brexit. Perhaps it could mean that we stop doing this as an adversarial thing, that we think about a constructive, win-win, positive-sum Brexit where we consider Britain, however annoying these people are in the British cabinet. Trust me, you know, I go mad listening to TV. But let's consider that Britain, and I'm sure Mark will agree with me, that Britain should not be considered like any old third country as it goes out. Maybe it's very different to be a former member state that knows all the secrets of the European Union for good or for bad. We need to wrap our head around this, including very technically. But also when we listened to Macron last week when he was receiving the Charlemagne Prize, I'm sure some of you heard his speech where for once he was, not for once, no, he's been very charismatic and provocative, but perhaps even more so last time. How did you react when he asked Germans to get rid of their surplus fetishism? Whoa. This is like, hey Germans, mutual, like really try to figure out how the rest of Europe is thinking about your obsession with surpluses. You know, it's all very nice, but put yourself in our shoes, right? So that's what he's saying. I mean, I still think that, by the way, giving him the Charlemagne Prize, I don't know what your reading is, Yoshka, but it was really a kind of domestic politics because it was a bit early, right? I mean, you know, what have we achieved yet? Not quite much. You know, that's the whole point of your political debates. So I'm going to go very fast. I'm sure you want me to finish, Ellen, but I do have two more questions from callers that are really wanting to ask these questions. And indeed, beyond our shores, you know, we have a friend of Francisca and I, you know, Dipesh Chakrabati, and, you know, all these wonderful Indian intellectuals who've been telling us to provincialize Europe. And he seems rather impatient, Dipesh. He's saying, hey, you've got, you've had this multi-crisis. You've got to, you've kind of made a mess of yourselves, you Europeans, and you're still talking about, you know, giving your standards of civilization to the rest of the world. You know, wake up and smell the coffee. We live in a post-colonial world. And you better act accordingly. The king is naked. You're an old, shrinking continent, Europe. And you better decline elegantly. That's kind of the best you can hope for, right? And start treating your migrants from India or from elsewhere, not as your problem, but as the solution to your demographic time bomb. And I'm talking in a country where the welfare state, whoa, you know, needs those migrants. But then a country of great cleverness taking in Syrians who 50% of them have higher education degrees. Bravo, Germany. And indeed, where somehow there is a sense that migration can be also the solution if we really think about circular migration, co-development, all these nice big words, but we haven't put the resources into that. So, yes, well, thank you, Dipesh, for your question. And I won't say more because also I know that Yoshka has written extensively on the global scene and indeed also will hopefully give us your opinion, Yoshka, on this little provocation by our friend Dipesh and indeed what it means for us to aspire to be a normal superpower. Do we really want to do that? Are we telling the world that, you know, our power will be maybe back to, you know, the new normal? We'll build an army and all the rest of it. Thank God the Brits are gone because now they can't stop us from doing that. But then, of course, in this country, maybe that's not the most ambitious vision. And what are you going to tell Macron when he keeps on repeating all this? I want to hear you on this, absolutely. But which leads me to my final caller, the final, final question, fifth question. And to reward your impatience, I see two hands up, Alexis de Tocqueville and Robert Dow, the great specialist of democracy. And they're asking, well, how is your European project going to leverage its great ambition by avoiding the real bad trap of short-termism that really is the plague of our politics but while still reinventing democracy at the same time? Now, I can see why you're in this Tocqueville and asking this question because at your time, you really, you know, you kind of felt like you had to embrace democracy but you warned us that democracy is short-termism because, hey, it's a luxury to care about the past and the future when you are the oi polloi, right? You know, that's a lot. So what do you do? And maybe that's the paradox of the European project. You know, we all know that the EU cannot be democratic in the old sense, throwing the rascals out. You know, you're accountable, you do bad, we don't elect you again. No, that's not how the EU works. And my point here in listening to Tocqueville and Robert Dow is to say, hey, maybe there's a silver lining in what we call Europe's democratic deficit. There is no magic bullets, not because you're going to have your Spitzenkandidate or not. I can't even spell Spitzenkandidate, you know, and I do European studies. That's not going to do it for the European people. But maybe there's a vision there to say that if you're not so accountable in the short term, maybe it's because you can build yourself as accountable to your children and grandchildren, you can be the guardian of the long-term EU. And indeed, there is this sense that that's what the EU is about. Sustainable integration is a great ideal, especially in this crowd. This is about promoting, of course, all the specific policies of sustainability. But it is also about thinking about European integration as something that itself needs to be sustainable, that every test of our actions and policies and laws has to be, what will it do to us in five years' time, 10 years' time, 30 years' time. And I know you've written about 2030, Joschka, so you will tell us. But then, you know what? This is where Robert Dahl comes in. You remember, those of you students in the room, that he told us about the two greatest, the two first transformation of democracy, the cities and then the parliaments at the national level. So perhaps, Dahl, we are now undergoing a third transformation of democracy. Wow! That is pretty amazing. You know, democracy with foresight, supported by transnational democracy, supported by the immense potential of the virtual world and the internet. Because it is because of these amazing new technologies that we can invent. Transnational democracy, which is not just about connecting like-minded people across borders. That's how you are here. Because before coming all together from all over Europe and beyond in this room, you're in touch all the time on the internet, right? That's how you do transnational democracy. I think we need to extend the idea to have more virtual, agonistic, conflict, conflictual democracy across border, linking people who disagree across border too, not just the like-minded. But that we can do thanks to the new technology and thanks to embracing what I like to call democratic effervescence. That's what democracy is all about. It's about everybody in their own space, like Pulse of Europe, coming up with stuff. And there are all sorts of shapes of glasses of champagne or Prosecco that try to channel the effervescent bubbles. And in fact, that's what your movements and parties are. You're trying to channel democratic effervescence from our popular champagne. And so I think that if we can take that democratic risk, as Macron would say, if we can embrace how the new generation see the world, distributed intelligence, just things happening with leaderless spaces, cross-polynization, a very green idea, then maybe, yes, maybe we can believe that Brussels can be part of this picture. Maybe we'll let Brussels be part of this picture. But they have to show that their mindset is somehow adaptable. They have to show that stuff like the European Citizens Initiative, one of the greatest, you know, new development in Europe, they will not feel that, ooh, no, we have to guard against this stuff. It's too uncontrollable. I think maybe the peoples want to take back control, but Brussels has to learn to give up some control. Politicians have to also let this happen. And perhaps if we embrace these ideas, mutual recognition, empathy, democratic effervescence, we can reinvent our Europe together in this great movement of yours. Thank you very much. liebe Kalypso, liebe Kalypso Nikolaidis, herzlichen Dank für den fulminanten Vortrag. Es war ja versprochen worden, dass es keine Vision von Europa gibt, aber ich glaube, wir alle sind total fasziniert und angeregt von dieser Vision, die Sie gegeben haben. Und wir freuen uns übrigens, wir machen ja sehr viele Veranstaltungen zur Mobilitätswende und zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Wenn das gelingt, lieber Joschka, dann haben wir diese Probleme, die wir heute hatten, nicht. Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich brauche dich eigentlich nicht vorzustellen. Grüner Vordenker, Politiker, deutscher Außenminister, 1998 bis 2005, zahlreiche Initiativen zur Erneuerung der deutschen Außenpolitik einschließlich der Aufarbeitung ihrer Geschichte. 1999 Präsident des Rates der Europäischen Union und wichtig für unsere Frage heute, 2002, Präsident, Mitglied des Europäischen Konventes zur Erarbeitung einer Verfassung für Europa. Wie das ausging, wissen wir. Nach der politischen Karriere Gastprofessur am Woodrow Wilson Center und inzwischen im Bereich Unternehmensberatung tätig. Und vor noch nicht so langer Zeit, bei so einem besonderen Geburtstag, darf man das nochmal sagen, 70 Jahre alt geworden, herzlichen Glückwunsch dazu noch einmal nachträglich. Und obwohl du vor einigen Wochen hier in der Stiftung dein Buch mit dem hoffnungsvollen Titel Der Abstieg des Westens vorgestellt hast, haben wir dich trotzdem eingeladen. Weil wir uns doch, also das ist eine Tour de force durch innere und äußere Herausforderungen, vor denen Europa und der Westen insgesamt steht. Aber wir glauben dennoch, dass du einer der glaubwürdigsten Befürworter und Vorkämpfer für Europa bist und insofern freuen wir uns dazu, wenn du als Auftakt für unser Gespräch nochmal ein paar Bemerkungen machst von deiner Seite aus und wir dann die Thesen von Kalypse und Nikolaidis gemeinsam diskutieren. Also erstmal muss ich mich entschuldigen, es wäre jetzt, dass ich zu spät gekommen bin. Es wäre jetzt sehr einfach, alles dem Berliner Senat so zu schieben, verdient hat er es, aber es würde nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Das ist eine jener Tage, an der einfach drei Termine zu viel sind. Also Entschuldigung. Es ist mir eine große Freude, dennoch Kalypso mitbekommen zu haben und es freut mich immer, die Theorie Praxisdifferenz dann auch zu spüren. Es ist in der dünnen Luft der Akademie, ist die Frage der Anerkennung der Gegenseitigen eine wichtige Frage. Bedauerlicherweise sieht das in der politischen Realität im Alltag etwas anders aus. Ich denke, die entscheidende Frage ist auch für die europäische Demokratie, die Machtfrage. Warum ist die EU so in Verruf bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, weil sie zu stark ist? Nein, die Leute erwarten von der EU eigentlich sehr viel mehr. Warum schützt sie uns nicht? Was ist mit den Außengrenzen? Was ist mit der Sicherheit? Man erwartet von der EU eigentlich ein sehr viel robusteres, stärkeres, nachdrücklicheres Handeln. Und die EU ist dazu nicht in der Lage. Weil wenn wir die Machtfrage mal aus der heutigen EU beschreiben, sieht das so aus. Die Macht liegt nach wie vor in den Hauptstädten. Es ist absurd. Wir haben in Brüssel eine europäische Hauptstadt. Wir haben dort sehr effiziente Bürokraten. Bürokraten, aber nicht eine politische oder gar demokratisch gewählte Führung. Es sind im Kern Bürokraten. Es sind eigentlich die Kommissare, es sind bestenfalls Staatssekretäre, wenn man das auf die nationale Ebene überträgt. Und die Bürokratie ist sehr effizient. Sie ist sehr gut, damit ich hier nicht missverstanden werde. Ich will hier keine Bürokratie-Schelte betreiben. In der Größenordnung bewegt sie sich auf derselben Kategorie, auf derselben Größenordnung wie die Stadtverwaltung München. Also ist mitnichten diese Krake, als die sie immer dargestellt wird. Es ist auch nicht notwendig, dass sie diese Dimension hat, weil die Implementierung der Verordnungen auf nationaler Ebene erfolgt. Und dort gibt es genügend Bürokraten, die diese Implementierung dann machen können. Und insgesamt gesehen ist diese bürokratische EU hat einen politischen Triebfeder. Das ist der gemeinsame Markt. Die Herstellung gemeinsamer Bedingungen, also welche Steckdose passt für welchen Stecker, eine triviale Frage. Aber für den Markt eine entscheidende Frage, weil wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, dann kannst du es vergessen. Dann ist das Produkt untauglich. Insofern, wenn wir, mein Alter wurde erwähnt, 70 Jahre alt, wenn ich zurückdenke, wie der europäische Süden ausgesehen hat in den 70er Jahren, auch noch teilweise in den 80er Jahren, kann man unglaubliche Fortschritte, zum Beispiel in der Umweltgesetzgebung, bei der Gewässereinhaltung, sehen, bei allen Problemen, die es nach wie vor gibt. Nichts ist perfekt, aber angesichts dessen gewaltige Fortschritte. Auch die viel kritisierten anderen Marktharmonisierungen spielen eine entscheidende Rolle. Nur eines ist klar, der Markt betreibt keine politische Integration. Er betreibt keine demokratische Integration. Und deswegen wird in Sonntagsreden immer wunderbar darüber geredet, man müsse endlich Subsidiarität einführen. Also die Kirche im Dorf lassen. Warum muss alles in Brüssel geschehen? Ganz einfach. Solange das entscheidende Integrationsprinzip die Marktintegration ist, wird Subsidiarität nicht wirklich funktionieren. Weil Subsidiarität eigentlich eine demokratische, eine politische Entscheidung bedeutet und keine Marktentscheidung. Der Markt ist nicht subsidiär. Der verfolgt anderen Kriterien. Wenn ich das also will, brauche ich mehr an politischer Integration. Nur da beginnt das große europäische Problem. Anders als zum Beispiel in den USA. Und es ist, wenn man das sorgfältig analysiert, fast schon ironisch. Die Amerikaner nennen sich Vereinigte Staaten. Wenn Sie aber die Geschichte und auch die Bedeutung der Bundesstaaten der USA anschauen, dann wäre es sehr viel der Realität entsprechender, wenn die Amerikaner sich amerikanische Union nennen würden. Weil die Staaten im Verhältnis zu der Rolle, die die europäischen Staaten spielen, eine nachrangige Rolle spielen. Während bei uns aufgrund der ganz anderen Geschichte, aufgrund der Tatsache, dass tausend Jahre europäische Staatengeschichte vorhanden ist, mit einem großen Eigensinn, eigenen nationalen Kulturen, eigenen Sprachen. Die Sprachgeschichte spielt eine entscheidende Rolle für die Identität der europäischen Nation. Und auch in den Konflikten, dort wo Nationen und Minderheiten im Widerspruch stehen, spielt Sprache immer eine ganz zentrale Rolle. Die Europäische Union müsste sich eigentlich die Vereinigten Staaten von Europa nennen. Weil sie wurde und sie ist bis heute gründend auf den Mitgliedstaaten. Und diese Mitgliedstaaten haben die Macht. Deswegen ist der Europäische Rat der entscheidende Machtfaktor. Und nicht die Kommission und nicht das Parlament. Also das macht auch die Ineffizienz aus. Weil das bedeutet zugleich, dass die nationalen, Short-Termism war ein Begriff, also die engsten nationalen Gründe eine Rolle spielen. Brexit. War Brexit Ausdruck eines historischen Gedankens? Nein. Da wollte ein Premierminister, der nicht weit denken konnte offensichtlich. Seitdem bin ich voller Misstrauen, was elitäre Schuleinrichtungen betrifft. Also, don't trust the Eaton Boys. Muss man einfach sagen. Denn er wollte Ruhe haben auf den Hinterbänken. Er wollte in den euroskeptischen Hinterbänken Ruhe haben. Deswegen macht er einen solchen historischen Fehler. Das zeigt, dass die Nationalstaaten in ihren Eigeninteressen, in ihren kurzsichtigen auch Eigeninteressen, ein großer Bremsfaktor der Europäischen Union sind. Nur machen wir uns keine Illusionen. Und da kann ich Ihnen keine einfache Antwort geben. Eine europäische Demokratie, die dieses Problem dieser Zwischenebene der Nationalstaaten nicht löst und mit Ideen lösbar macht, wird scheitern müssen. Weil ich nicht sehe, realistischerweise, dass die Europäer sich zugunsten eines supranationalen Gemeinwesens von ihren jeweiligen nationalen Traditionen verabschieden. Nicht zu meinen Lebzeiten, aber da können Sie sagen, das ist sehr limitiert. Aber auch nicht zu den Lebzeiten der Jüngeren hier, weil die Tradition wiegt einfach viel zu schwer. Das heißt, Europa, und da kommt noch etwas hinzu, als ich gerade hörte, das Europa der Sustainability. Ja, was blüht denn den Grünen? Dass am Ende das grüne Europa so aussieht, dass fast nur noch deutsche Abgeordnete da sind. Habt ihr euch das mal überlegt? Ja. Das ist die Realität. Große, die französischen Grünen, finden den Ausweg aus dem Sektirertum nicht. In Großbritannien ist das ein ähnliches Problem. Im ganzen Mittelmeerraum. Die italienischen Grünen, die mal hoffnungsvoll waren, kann man eigentlich aus meiner Sicht, ich darf ja jetzt offen reden, ich muss keine taktischen Rücksichten mehr nehmen, kann man auch vergessen. Die iberische Halbinsel, bedauerlicherweise, das heißt, einige wenige, Benelux, Skandinavien, vielleicht. Die österreichischen Grünen haben sich erfolgreich ins Abseits gestellt, nach diesem großen Erfolg bei den Präsidentenwahlen. Bedauerlicherweise. Sodass am Ende bliebe eine grüne Fraktion, die im Wesentlichen aus deutschen Abgeordneten besteht. So stelle ich mir Europa ehrlich gesagt nicht vor. Das wäre ja eine nicht gewollte hegemoniale Realität. Kann man ja allen Ernstes nicht wollen. Also insofern ist die europäische Demokratie eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich meine, der entscheidende Punkt ist ein anderer. Der entscheidende Punkt ist der Außendruck. Und auch beim Narrativ. Was ist ein Narrativ? Ein Narrativ ist nicht, dass kluge Leute sich irgendwas Tolles ausgedacht haben. Wie kam denn das Friedensnarrativ zustande? Dafür mussten zig Millionen Europäer ins Gras beißen. Das Trauma des Gemetzels in Flandern, in Verdun, an anderer Stelle spielte eine große Rolle. Aber dann die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Die endete ja damit, dass von europäischer Souveränität und der Souveränität europäischer Mächte nichts mehr übrig war. Sondern am Ende zwei nicht-europäische Mächte. Nämlich die damalige Sowjetunion und die USA. Die europäische Souveränität als Supermächte faktisch übernommen haben. Und insofern denke ich, dass wir begreifen müssen, dass man Narrative nicht einfach aus dem Ärmel schütteln kann. Narrative sind kollektive Erfahrungen und Traumata, die dann in einer Erzählung verarbeitet werden. Und wenn es ganz gut geht, diese Erzählung führt dann zu konstruktiven Alternativen, wie wir das ja in Europa erlebt haben. Aber aufgrund welcher dramatischer Ereignisse und welcher Kosten, welcher Opfer. Also insofern denke ich, dass der Außendruck ganz entscheidend ist. Und was erleben wir gegenwärtig? Wir erleben, dass eine Weltordnung versinkt und eine neue Weltordnung entsteht. Und die eine eurozentristische oder euroamerikanische oder atlantikzentristische Weltordnung geht dahin, dass sie aktiv destruiert wird durch die beiden Gründungsnationen des transatlantischen Westens, durch die USA und Großbritannien. Hätte ich mir nicht räumen lassen, aber das ist die Realität. Trump tut alles, um das, was die USA an Weltordnung im positiven Sinne geschaffen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, zu zerstören. Da sollten wir uns keine Illusionen machen. Und insofern ist die Frage, ich selbst habe das zum ersten Mal realisiert, gemeinsam mit europäischen Freunden. Da saßen wir in New York City und diskutierten mit der amerikanischen Seite. Und am Ende schauten wir uns alle an und sagten, let's face it, we are now alone. Das ist für Europa in seiner geopolitischen Lage alles andere als eine Banalität, meine Damen und Herren. Und insofern bin ich gespannt, welche Auswirkungen das auf die Brexit-Entscheidung hat. Weil als die Brexit-Entscheidung getroffen wurde, die geopolitische Lage noch eine grundsätzlich andere war, als es heute der Fall ist. Und mein Eindruck ist der, dass man auch auf der Insel begriffen hat, oder zumindest dabei ist zu begreifen, dass die Situation Britain alone doch vielleicht nicht so gut ist. Und dass Trump auch für das spezifische Verhältnis Großbritannien und USA eine gewaltige Herausforderung darstellt. Wenn man das also alles zusammensummiert, der Aufstieg Chinas, der Druck, der von Russland kommt, die nicht gelösten, bisher auch nicht angegangenen Integrationsfragen mit der Erweiterung der EU auf den Balkan und unterschätzen den westlichen Balkan nicht. Wenn die EU dort vertragsbrüchig würde, käme das Unglück wieder zurück. Das hoffe, zeige ich Ihnen. Alles ist dort noch bereit für eine nächste Runde der Gewalt, wenn der Glaube an das Versprechen, das die Europäer gegeben haben, nämlich eines Tages, wenn die Bedingungen stimmen, gehört ihr dazu, wenn das nicht realisiert wird. Unter dem Gesichtspunkt, denke ich, wird Europa sich massiv zusammenfinden müssen. Hinzu kommt zur selben Zeit der Nahe Osten, in dem echte Kriegsgefahr entsteht und auch unabhängig von der Nuklearfrage im Syrien bereits der iranisch-israelische Krieg begonnen hat, wenn man sich die Faktenlage genau anschaut. Aus dem Nahen Osten wird es meines Erachtens sehr viel Risiko und Gefahren geben. Das Problem für die Europäer ist, es ist unsere Nachbarschaft. Es findet faktisch vor unserer Haustür statt. Und unsere Antwort darauf ist, ja, was? Dann gibt es noch das nicht erwähnte Problem, was ein sehr großes Problem ist und über die Zeit wiederkommen wird. Ägypten, ein enormer Bevölkerungsdruck, eine junge Bevölkerung und ein Land, das gefangen ist zwischen den Muslimbrüdern und der Militärdiktatur, dass die Jobs nicht liefern kann. Das gilt auch für Iran, das gilt für andere arabische Länder. Wir haben es zunehmend auch mit ökologischen Herausforderungen zu tun. Die Wasserfrage in manchen Ländern nimmt dort dramatische Ausmaße an. Das heißt, diese Nachbarschaft ist eine sehr herausfordernde und hochriskante Nachbarschaft. Also wenn die Europäer nicht zusammenfinden, wie soll das dann bewältigt werden? Und da, meine ich, liegt das positive Element. Der Außendruck wird dramatisch steigen. Hinzu kommt, dass wir auch eine technische Transformation erleben. Was wir gegenwärtig durchlaufen, ist nicht nur eine neue Weltordnung, ist nicht nur neue Risiken aus unserer Nachbarschaft, sondern auch eine gewaltige technische Herausforderung. Die Europäer sind noch gut bei der künstlichen Intelligenz in Forschung und Entwicklung. Aber zunehmend werden die Experten von Amerika und von China neuerdings gekauft. Wir sind schlecht, wenn es darum geht, europäische strategische Unternehmen, die Antworten finden können, auf andere zu entwickeln. Diese technische Entwicklung wird unseren Stärken, mit unserem eigentlich nicht nur Deutschland, das gilt für Frankreich, das gilt für Großbritannien, für wen auch immer, wird unsere Stärken das oberste zu unterscheiden. Und wenn diese Entwicklung von uns, wenn wir da nicht dabei sind, dann wird das dazu führen, dass wir die Züge nur noch hinterherwinken dürfen. Dann war es das aber mit dem europäischen Sozialstaat, weil wer soll da noch das Geld dafür verdienen? Ohne die europäische Sozialstaatsintegration, ohne die Tradition der europäischen Sozialstaaten, fehlt mir allerdings die Fantasie, mir vorzustellen, wie der innere Friede auf unserem Kontinent bewahrt werden soll. Wenn ich also all das zusammenziehe, dann kommen wir in eine Situation oder sind wir in einer Situation, in der jetzt Entscheidungen getroffen werden müssen. Und zwar nicht im voluntaristischen Akt, jetzt, sondern die Veränderungen um uns herum zwingen uns dazu. Und wenn die EU das schafft, gut, dann werden wir positiv vorankommen. Wenn die EU das nicht schafft, dann bin ich froh, dass ich schon 70 bin. Aber das löst das Problem für mich ehrlicherweise nicht. Ich habe Kinder, ich habe mittlerweile vier Enkelkinder und das bewegt mich. Also es ist nicht so, dass ich sage, physisches Ende, alles egal. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn ich das also zusammenziehe, ist für mich diese Machtfrage das Entscheidende. Ich stimme Kalypso allerdings zu, die europäische Demokratie ist eine fundamentale Sache, die erreicht werden muss. Das heißt, die Integration der Bürger, die Integration der Nationen. Ich habe das vorhin bei den Grünen als Beispiel gegeben. Aber wenn Sie sich die anschauen, Deutschland und Frankreich zusammen, was Bruttosozialprodukt und Bevölkerung betrifft, wenn Sie dann auch Großbritannien als Mitglied betrachten und die noch dazunehmen, und dann sehen Sie die Disproportionalitäten, die Sie in der nationalen Demokratie zwar auch haben, aber da sind Sie nicht so offensichtlich. Niemand geht davon aus, dass Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern das Bruttoinlandsprodukt von Baden-Württemberg oder Bayern jemals erreichen werden. Bei den Griechen verlangen wir das aber, dass die Gefälligsten dazu kommen. Das ist natürlich absurd. Und wenn ich mit einer polemischen Bemerkung schließen darf, wir Deutsche sollten etwas vorsichtig sein. Wir zeigen ja gerne mit dem Finger auf die unsoliden Südländer. Wenn ich mir Deutschlands Investition in Sicherheit anschaue, frage ich mich, verhalten wir uns denn so viel anders? Von über 100 Euro-Fightern fliegen gerade mal sechs. Der Rest fliegt nicht. Von sechs U-Booten schwimmt keines. Hubschrauberpiloten verlieren ihre Lizenzen, weil sie nicht genügend Flugstunden haben, wegen mangelnder Flugfähigkeit des Geräts. Wenn Sie das mal vergleichen mit einem gewissen laxen Umgang mit Finanzen und Finanzregeln und Verpflichtungen, die eingegangen wurden, sind wir in der Sicherheit fast genauso. Und so kann es nicht weitergehen, aus meiner Sicht. Also es geht nicht nur darum, nach Brüssel zu schauen etc., sondern dieses große Land in der Mitte der EU namens Deutschland, das wunderbare Land, das muss seiner Verpflichtung gerecht werden. Und unsere Verpflichtung, wir können am Ende des Tages nichts mitnehmen. Ich meine jetzt nicht nur das physische Ende, sondern wir sind die einzigen, die stolz sind auf einen ausgeglichenen Haushalt, sparen. Was glaubt ihr denn, was in der nächsten Wirtschaftskrise der Fall sein wird? Da wird ein gewisser Donald Trump sagen, ja, wer hat denn noch Geld? Die Deutschen haben noch Geld. So, und was glaubt ihr, was dann passiert? Dann wird es ausgegeben werden. Und ich verstehe nicht, warum wir das nicht in Europa investieren. Das würde ich nicht unterschätzen. Deutschlands Kraft und Stärke, die Finanzen, sind ein entscheidender Faktor, um Europa voranzubringen und europäische Macht zu entwickeln. Wir sollten nicht abwarten, bis andere uns dazu zwingen werden, das Geld auszugeben, sondern sollte es im eigenen, im europäischen und im deutschen Interesse tatsächlich dann tun. Ich denke, dass in dem Zusammenhang die Fragen der Demokratie sehr viel einfacher zu lösen sein werden, weil sie sich dann praktisch stellen. Wie findet Teilhabe statt? Wie findet Integration statt? Und insofern... Danken wir herzlich für den Input zur Lage. Danke nicht zu früh. Jetzt sind wir sozusagen am Boden angekommen. So ist die Lage. Nicht am Boden. Jetzt stehen wir wieder mit platten Füßen. Am Boden der Tatsachen. Am Boden der Tatsachen. So stellt sich die Lage dar. Und die Idee dieses Gesprächs ist ja, genau an dem Punkt anzufangen, nach den Treibern zu suchen für eine Entwicklung. Wer kann das sein? Wer können sozusagen die Träger sein? Ich sage mal, es gibt ein paar Sachen, hast du genannt, Investitionen. Ja, das ist so einer der möglichen Treiber. Du hast die robuste, du hast die robuste, ich meine jetzt sozusagen für den europäischen Zusammenhalt und für die Frage, gibt es eigentlich, welche Möglichkeiten haben wir sozusagen innerhalb dieses marktgetriebenen Kontinentes Zusammenhalt zu organisieren? Eine soziale Thematik hast du genannt. Und Kalypso hat am Anfang Aristoteles, ist auf Aristoteles gekommen. Ich will auf den Punkt nochmal zurück. Macht uns Europa glücklich? Ist das am Ende die Frage, die die Leute stellen, die die Bevölkerung stellt? Und ist es sinnvoll, diese messianische Idee weiter zu verfolgen, die früher ja Finalität hieß, der Europäischen Union? Oder ist es nicht sinnvoller zu sagen, wir suchen nicht nach einem Narrativ, weil ein Narrativ wird nicht konstruiert. Ein Narrativ ist sozusagen blutige Erfahrung, das ist irgendwie da. Welche Erfahrungen können wir vielleicht zusammenziehen und sagen, okay, das Narrativ ist, so habe ich Kalypso verstanden, ist, wir sind zusammen unterwegs. Es gibt keine Teleologie in Europa, sondern es gibt auf dem Boden der Tatsachen, Anerkennen dessen, was ist, die Möglichkeit zu gucken, wie organisieren wir, wie bleiben wir zusammen, aber jeder sozusagen mit seinem eigenen, vielleicht auch in seiner eigenen Geschwindigkeit, mit seinen eigenen Themen. Wie reagieren wir sozusagen, wie schneiden wir es jetzt sozusagen gegeneinander, diese bedrohlichen inneren und äußeren Situationen und das, was du Kalypso an Visionen auch aufgemacht hast? Wie können wir das tun? Ich denke, dass Joschka gave uns ein paar Piste de réflexion, wie wir sagen in France, ein paar wirklich importanten hooks that are very much in the spirit of this gathering. So you spoke of investment. Yes, indeed. I mean, if there's one reason why we should have a bit of a bigger budget and plug the hole that the Brits are going to make by leaving, it's because we need real pan-European infrastructures. My dream, my green dream, is just picture the Sahara Desert and picture self-replicating robots. You know, we're getting there. Robots that can construct themselves and more robots. We can just put, we, Europeans, and led by Germany, invest in a whole army of self-replicating robots in the Sahara that will power energy in Europe. A Europe that is, again, you know, from a green viewpoint, gaining from its diversity because some countries, like where I live, have winds, others have sun, others have, you know, wave power. It's all about our diversity, right? And I'm always about the silver lining. So you say, well, where are the greens? You know, you're asking Ellen, which actor? You know, isn't that the success of the greens that actually sustainability permeates all the progressive parties, at least progressive parties, whatever that means, across Europe. So your idea has pollinated the political spectrum. We have seen that with COP21, that was an amazing moment, not only because of the agreement, but because of the, you know, the so-called pillar, fourth pillar, where you have cities, regions, who make commitment from bottom up. So that should make you happy, Yoshka, because it's not just about states. It's about commitments that whatever Trump says, go on. So that's the kind of dynamics that I think we need to continue to inspire. But I would disagree with you, Yoshka, that the state has no role to play, that, oh, we should dream of a moment when the state is transcended because they went to war. No, what we want to do is transform our states, transform our welfare states, so that they're more resilient. And we want, and that's where Europe comes in. You wanted Europe to protect us. Yes, to some extent, but I would rather have Europe help all the other actors be resilient. Us individuals, regions, cities, states, you know, be able to respond to shock. That's what Europe ought to do rather than become a kind of big brother above us that protects us. And Europe would help us be resilient if we built these kinds of infrastructures, including, of course, the internet, information technology, the digital world. That is the one big thing that Europe should embrace today in a world that you very brilliantly describe as very dangerous. So where is our power? Our power is in innovation. Well, if you look to the reality, the power is in innovation. Now, where is the innovation? It's not only the innovation, it's also the transformation of innovation into economic success, into jobs and whatever. If you look to the future, the digital future of Europe, it might be that at the end of the day, if we go down the road like we did it in the past, that we have the choice between Silicon Valley and Shenzhen. I don't want that this will be our future. But to stop that, you must create not a third way, but a European alternative. Why are we so weak in digital developments, in digital businesses? Why? The Chinese are not weak. They are serious, serious, they build up serious competition to Silicon Valley. I think if we talk about our own European way for the future, if we talk about European sovereignty, we have to move in this direction. Otherwise, Europe will not play any role. Jetzt sind wir doch am entscheidenden Punkt. Denken wir uns sozusagen in die Zukunft hinein als liberale Demokratie oder sagen wir, da, wo die Zukunft liegt, in digitalen Technologien, braucht es autokratische Herrschaftsformen? Nein, nein, nein. Wir sind eine liberale Demokratie. Und was machen die liberalen Citizens? Warum schaffen die das? Sie sind bei Facebook. Die das und warum haben die anderes nicht? Und Facebook will ich eine europäische Kontrolle über unsere Daten. Will ich das? Ja, natürlich wollen wir das. Ja, wenn wir das wollen, brauchen wir europäische Unternehmen. Oder Regulierungen, die ich gegenwärtigen Punkt noch nicht sehe. Die Unternehmen, die nicht europäisch sind, dazu zwingen, dass die europäischen Daten hierbleiben. Also, das ist keine Alternative, liberale Demokratie oder. Da liegen wir falsch, Frau Überscher. Nein, ich sage nicht, dass das die Alternative ist, sondern ich sage, das ist doch der entscheidende Punkt, an dem wir gerade überlegen, wie kriegen wir das mit dieser Kurzfristigkeit von Demokratien, die von Wahl zu Wahl gehen, wie kriegen wir so etwas hin? Ich meine, die Chinesen verfolgen über lange, lange Zeit ihre Projekte. Die investieren Milliarden und haben Projekte, die sie über 30, 40 Jahre kontinuierlich entwickeln können. So, das können wir in der liberalen Demokratie nicht. Wie machen wir es? Ja, also diese Herausforderung, wie machen wir es vielleicht auch besser als die Vereinigten Staaten? Wie machen wir es anders? Wie machen wir es auf unsere europäische Weise? Wer macht es eigentlich? Ich finde, das sind sozusagen die Fragen, an denen es spannend wird. Aber mal schauen Sie, Brexit hat für mich einen sehr interessanten Punkt ans Tageslicht gefördert, die die meisten Bürger gar nicht wahrgenommen haben, nämlich die Europäische Wissenschaftskooperation und das Funding, also die EU-Fonds für Wissenschaftsförderung. Diese, die EU hat zur Konsequenz gehabt, auch durch den Wegfall der Innengrenzen, dass es ganz einfach war für Wissenschaftler. Das hat zum Maß an Integration geführt, dann das Geld, das aus Brüssel kommt, hat zu europäischen, gesamteuropäischen Projekten geführt. Das wurde gar nicht wahrgenommen. Und in die Richtung muss es gehen. Und da bin ich sehr dafür, dass man Brexit hin oder her, Großbritannien, so es will, und die Wissenschaftsgemeinde in Großbritannien will das, drin hält, dass man die Studenten drin hält. Weil das ist einer der großen Fortschritte, die auch unter dem Gesichtspunkt des Erhalts liberaler Demokratie eine entscheidende Rolle spielen werden. Can I just say two things? One is, I very much applaud your last point, Joschka, about, you know, we are exiled in Britain and in Oxford, in London, we're little islands of Remainers who want to remain on the continent. And we need you to help us. And indeed, you have obliged, because as some of you may know in this room, we have signed an agreement between Oxford University and the city of Berlin and five universities in the city of Berlin and other institutions. So I think that at least islands of Remainers and pro-Europeans in Britain are hoping to remain connected to the continents thanks to our friends, including when you apply for funds. It's very, very concrete. So watch this space and we very much hope that the Enrich Paul Foundation will be part of this adventure. Of extraterritoriality, how can you be and not be European at the same time? You know, as Hamlet would have asked us. So that's one thing. But I wanted to just make a small comment about the earlier point on Facebook. Because last night we had a fascinating discussion in Oxford with Monica, who is the number two in Facebook, trying to think really, really hard about fake news, hate speech, terrorism, this whole new world, how do you regulate it? And you know, Joschka, I'm not as pessimistic as you are because at the end of the day, part at least of the response was norms and European norms. And what was fascinating is that we figured out that Facebook is moving towards a world where it's not so much US regulation, but European norms of privacy, you know, of the kind of ways in which we do regulate speech and hate speech. They have a whole army of lawyers and social scientists who police Facebook with European norms rather than extraterritorial American norms. And that's fascinating. And the question for me is how can we trumpet European norms, be proud of them, without, you know, being neo-imperialist about it? You know, how can we proudly say European norms? Well, you know, because they're universal norms and we happen to perhaps be a bit more obsessive about defending them, including on Facebook and the virtual world, which is the world of the future, obviously. I mean, most of this room knows much more than we do about all of this. Wollen wir die Facebook-Fragen noch weiter erörtern? Ich wollte noch mal zu der Frage kommen, wie schaffen wir es, ein Europa, von dem wir befürchten oder sehen, dass es sich in einen, dass es sich sozusagen in verschiedene Teile spaltet? Da hat es angesprochen, Südeuropa. wir haben die Rechtsstaatsverfahren gegen die osteuropäischen Staaten möglicherweise und wir haben andere, die, das ist das Thema von Kalypso, die vielleicht ein bisschen dazu tendieren, anderen zu sagen, wie es gehen soll. Also wir haben unterschiedliche Kräfte in Europa, die innerhalb auseinander streben und differenzieren. Wo sind die, was müssten wir tun? Wo sind die Kräfte, die das verhindern und die das zusammenhalten? Kann es sein, dass es irgendwo sozusagen einerseits aus der Geschichte heraus oder auf der anderen Seite aus neuen Bewegungen, pro-europäischen Bewegungen heraus Möglichkeiten gibt, dieses innere Auseinanderdriften Europas aufzuhalten? Also ich glaube, Europa, das größere Europa ist sehr differenziert und eine der Grundtugenden wird Geduld und Verständnis sein müssen. Wenn Sie sich mal Ungarn genauer anschauen, es ist ja nicht nur Orban. Mein Eindruck ist, der Ungarn lebt immer noch in den Zeiten von Trianon. Das ist immer noch, es ist irgendwie nicht verarbeitet, die Nation weiß nicht, wie sie mit ihrer Geschichte umgehen soll. und wenn Sie sich Polen anschauen, da spielt auch die Vergangenheit in dem Teil Polens, in dem Teil der polnischen Bevölkerung, der PIS unterstützt und PIS wählt, eine entscheidende Rolle. Das heißt, nationale Identitätsfragen sind alles andere als abgetan. Und ich meine, wir erleben jetzt auch bei uns die Wiederkehr des Nationalismus. Ich hätte das ehrlich gesagt so nicht für möglich gehalten. In anderen Ländern mag man noch Illusionen haben, aber wer die deutsche Geschichte, die Jüngere, ein bisschen kennt, der muss doch begreifen, dass das nicht nur eine Sackgasse ist, sondern eine gefährliche. Wenn es ernst wird, sogar eine tödliche Sackgasse. Und insofern haben wir das überall. Dafür muss es tiefergehende Ursachen geben. Und ich denke, dass diese Vergangenheitsfrage, so will ich sie mal benennen, in Europa eben sehr stark virulent ist. Das wird jetzt versucht, mit etwas Förster und Silberwald, Ideologie, Heimat und so zu überdecken, aber ich glaube, das greift viel zu kurz. Es liegt auch daran, dass die positiven Seiten von Europa nicht kommuniziert werden. Ich finde die Forderung, Europa muss Spaß machen, die finde ich sehr richtig. Und die macht ja den meisten Menschen Spaß. Es ist ja nicht so, dass die Leute in Depressionen verfallen, dass die wir heute überall hinreisen können und nicht alle 200 Kilometer Geld gewechselt werden muss. Dass du das Gefühl hast, wenn du irgendwo in Europa, innerhalb EU-Europa ankommst, dass du dann sozusagen ein Stück weit dich wurden schon erwähnt. Wenn das auch auf gewerblich Auszubildende ausgedehnt wird, fände ich das eine hervorragende Sache. Wenn ich mir anschaue, wir haben über die digitale Zukunft geredet, was es an Potenzial außerhalb der EU gibt, das sich aber orientiert Richtung EU-Europa, in der Ukraine, auf dem Balkan, überall, in jeder Hauptstadt, wo sie hingehen, finden sie ein kreatives Potenzial junger Leute, die wir nicht anderen überlassen sollten. Das sind junge Europäer. Also muss man, die EU wäre gut beraten, sehr viel mehr Reisefreiheit für diese jungen Leute zu schaffen, Studienmöglichkeiten. Da sehe ich ein großes Integrationspotenzial. Und die Eurokraten wissen, wie man sowas macht, wie man solche Programme auflegt, wie man sie entsprechend umsetzt. Also es gibt vieles, was an Integration von unten gemacht werden kann. Und dann politisch regt es mich auf, es wurde ja jetzt durch diese Demonstrationsbewegung gezeigt, es geht, wenn man das richtig macht und richtig will, dass die Europawahlen nicht genutzt werden für neue Ideen. Dass immer noch im Rahmen des üblichen Spitzenkandidaten. Ich hatte ein Problem mit dem Spitzenkandidaten. Ich will Ihnen sagen, warum. Ich bin der festen überzeugenden Demokratie lebt davon, dass Kandidaten sich präsentieren und dass sie das in einer Sprache tun, dass die Wähler sie verstehen. Ein europäischer Spitzenkandidat, hoher Anspruch. Aber Herr Schulz wurde in Deutschland, ein paar deutschsprachigen Ländern verstanden, Rest nicht. Schon daran kann man sehen, dass es sehr komplex ist, um diplomatisches Wort zu verwenden. insofern fände ich es eher transnationale Listen bei der Europawahl wirklich drauf zu setzen, dass über die Grenzen übergreifend nicht nationale Parteien nationalen Wahlkampf machen, sondern dass es wirklich um Europa geht, dass man das thematisiert, fände ich einen wichtigen Punkt ist bisher nicht geschehen. Das ist eine weitere Sache, wo ich glaube, Demokratie von unten wachsen kann. Jetzt kommen wir langsam auf die Spur des Narrativs. Es freut mich sehr. Ich wollte aber noch mal zurückfragen zu diesem Nationalismus Thema. Kalipso Nikolaides, Sie sind sehr dafür zu sagen, die Nationalstaaten kann man nicht ignorieren, man kann auch nicht darauf hoffen, dass sie sich in Luft auflösen oder in der europäischen Idee auflösen. Wie werden wir damit fertig, dass die sozusagen dem, was Joschka Fischer jetzt geschildert hat, es gibt in der Wissenschaft, in der Jugend, in der Öffentlichkeit, es gibt eigentlich eine europäische Bewegung, aber wir beobachten sozusagen, dass Leute, die Teile der Bevölkerung, die sich von der Verunsicherung beeindrucken lassen, eher auf den Nationalstaat setzen. Also wie integriert sich das jetzt, wie passt das dann zusammen mit der Idee, den europäischen Wahlkampf zu stärken, das anders zu organisieren? Ellen, just to be very clear, when I speak and many of my friends against a centralizing one size fits all Europe, I'm not wanting to revert back to a cautious closed nation state. The key point is transnationalism rather than supranationalism. Indeed, I am, I have been the greatest supporter of transnational lists, but the problem is for us to break up what we mean by transnationalism and try to think through why is it so problematic to speak about free movement in Europe for instance that is really the incarnation of as Joschka was saying perhaps it is true that Europe has been built for nomads not settlers 3% of Europeans are nomads 97% are settlers you can think of the story of humanity as an eternal war between nomads and settlers since the beginning of Cro-Magnon man but today in Europe we favor the nomads today in Europe we've built a wonderful open space but people who care about place rather than space are worried you know it's very fascinating to see how free movement which is a beautiful thing breaking down borders is the best of thing for some of us and is the worst of things for others and people in Britain who had problems with free movements are not necessarily nativists but they kind of see the fabric of their local solidarity endangered we may not feel like them but we can understand this very complicated question of free movement in Europe and I would say that the most important part of a transnational spirit that's not just about people moving from one country to another is to really be able and capable to open the box of the other states of the other polity sometimes you don't understand their language very often and you see my German is not good enough for me not to wear I'm really sorry about that but there is more to it than that you were telling me that mutual recognition is a academic thing but no it's really really worrying and caring about what different policies do to different groups in Greece opening up the other countries seeing how it has an impact and those are people who don't move so we need to look at each other and our the justice of our systems and final point Ellen in this whole conversation I really really want to stress the importance of political parties because you started us with the question of Poland and Hungary what's the difference between the two well it's that Orbán is part of the EPP he's been protected all this time by a transnational European party the EPP peace doesn't have that it's not that I feel sorry for them but they don't have it and that's why there are more on that so parties are so important both in a regressive and political way because we live in a world where we're reinventing the connection you know a colleague called it the void the connection between our private space where we're all on our phones and internet and the public sphere which is out there and in between who's supposed to occupy that space is political party and in our Europe it's transnational political parties and that's why I find it so wonderful that you're all here for two days and to talk about all this because that is the key in Europe is to rebuild parties movements but also parties that try to do the power game as you were saying there is nothing more important than power in this story but who has it and who has it legitimately who should have its political parties like the Greens prinzipiellen Misstrauen haben gegenüber Parteien aus historischen Erfahrungen und weil es offenbar schwierig ist, Menschen für, um sozusagen ein bestimmtes Set an politischen Ideen zu sammeln und zu sagen, ich halte auch Spannungen aus zwischen den Leuten, die in meiner Partei sind, die aber nicht genau meiner Meinung sind. Das ist offensichtlich schwierig wiederherzustellen nach 1989. Wie kriegen wir das hin? Ist aber was ich beobachte in Mittel- und Osteuropa. Russische Parteien florieren hervorragend. Ja, aber es sind zum Teil ja keine Parteien, sondern wenn du nach Tschechien guckst, Anno ist eine sehr heterogene Bewegung, die sich sozusagen aus der Elitenkritik speist, die sich, die keine, sozusagen keine politische, so wie die Sozialdemokratie, sagen wir, eine Idee hatte. Ja, was ist eigentlich unser politisches Ziel? Diese Bewegungen haben ja kein Ziel. In all diesen Ländern sind traditionsgestützte oder nationalgeschichtlich unterlegte nationalistische Bewegungen, Schrägstrich Parteien, Schrägstrich Führer, sehr erfolgreich. Das kann man nicht abstreiten. Ja, aber sie sind nicht stabil. Sie sind nicht stabil. Sie zerfallen und neue entstehen und dann wird Jobbik gewillt. Nur wenn, ich meine, was wir bei Orban beobachten, ist ja kein normaler politischer Wettbewerb mehr. Der politische Wettbewerb wird systematisch unterhöhlt durch die Veränderung der Medienlandschaft, durch Machtkonzentration in dem Bereich, dass andere Parteienbewegungen gar nicht die Möglichkeit haben, sozusagen in entsprechender Weise Wahlkampf zu machen. Wenn ich da Advocatus Diaboli machen darf. Ja, das mache ich ja schon. Es ist offensichtlich so, dass in Osteuropa eine Systemalternative mit hineinspielt. Nämlich die gelenkte Demokratie nach putinschem Modell. Das spielt in Osteuropa und die Verbindung mit Nationalismus, mit Nationalkirchen auch. Ich würde jetzt nicht allen Osteuropäern unterstellen, dass sie irgendwie Putin-Freunde sind oder so. Also ich finde, das ist eigentlich auch ein bisschen, da ist man sehr schnell fertig mit so einem Argument. Aber die Suche nach einer Alternative ist ja groß und es ist offenbar schwierig, sozusagen diesen politischen Wettbewerb, wie wir ihn idealerweise kennen aus Westeuropa, diesen wiederherzustellen. Aber wir wollen jetzt nicht hier eine bilaterale Diskussion führen. Gibt es Meldungen aus dem Publikum? Jede Menge. Dann fangen wir hier an dem Punkt an. Wo sind die Mikrofone? Die kommen. Und vielleicht gehen wir mal hier vorne. Es sind drei Wortmeldungen. Die Dame mit dem genau in der dritten Reihe und dann geben Sie es weiter. Gerne. Und wir sammeln drei Meldungen und dann gehen wir zurück aufs Podium. Vielen Dank, Eva Heitbreder, Kollegin von Kalypse, Professorin für EU an der Uni Magdeburg. Ich möchte auf einen positiven Punkt kommen, wo vielleicht eine Zukunft besser zu gestalten ist. Die Analyse, die Welt verändert sich, unser weltglobales Sicherheitssystem verändert sich, Menschen fragen nach Alternativen, teile ich voll. Aber das Ganze wirft auch neue Ängste auf, weil sich so viel verändert. Unser traditionelles Parteien-System links-rechts kann darauf schlecht antworten. Es sind nämlich, wie erwähnt, die Ängste zwischen Globalisierungsgesellschaften Gewinnern und Verlierern. Das ist etwas, was wir durch Europa sehen, dass diese traditionellen Parteien keine Antworten finden. Das sehen wir in Deutschland. Das sehen wir auch in Bewegungen wie Cinque Stelle in Macron, der ein Movement macht und nicht eine Partei. Und hier, positiver Aufblick eventuell und auch eine Frage an die grünen Parteien, es ist natürlich bedauerlich, wenn im Europäischen Parlament nur deutsche Grüne säßen. Aber wir haben nicht die Verknüpfung zwischen den europäischen Parteien und den nationalen Parteien. Dass das mit den Spitzenkandidaten durchgegangen ist, war letztlich der Druck der deutschen Öffentlichkeit, weil da doch der Schulz war. Und es gibt kein Backing der nationalen Parteien. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, in dieser Situation, die Welt verändert sich, es gibt viel Unsicherheit, natürliche menschliche Reaktion. Man sagt, früher war alles besser. Rückgriff auf nationale Ideen und so weiter. Überall ist auch ein Angebot zu sagen, wir sind eine grüne Partei, eine europäische. Wir haben eine gemeinsame Liste, wir haben eine Urwahl. Ich glaube, das kann auch eine Riesenchance sein, tatsächlich andere Antworten anzubieten und gestalten, die die traditionellen Parteien, so wie sie sortiert sind, nicht mehr bieten können, weil das zum großen Teil auch nicht die Ängste und Bedürfnisse von Bürgern sind, die auf der Agenda stehen und die zu so viel Reibung und zu so viel Konflikten führen und Rückgriff wieder auf die alte Medaille. Und das sehen wir wachsen. Nicht nur durch nationalistische Parteien, auch in den europäischen Regierungen, das zunehmend aus nationalen Perspektiven gedacht wird und problemlange in Europa vollkommen falsch definiert werden und falsche Antworten geschaffen werden. Und dazu war die Griechenland-Krise eines der besten Beispiele. Dankeschön. Daniel Feier, mein Name. Ich komme aus Ungarn, ein Land, das eben schon wahrscheinlich nicht zufällig erwähnt wurde. Und meine Frage wäre, mein Regierungschef macht ja nicht nur mein Heimatland kaputt, Orban und seine vom Illiberalismus infizierten Freunde auch in Jünger in Wien und Warschau und München und anderswo zerstören ja auch Europa. Sieht man das anderswo nicht? Sieht man das in Brüssel, in Berlin, in Paris nicht? Oder sieht man das und will nichts dagegen tun? Oder noch schlimmer, kann nichts dagegen tun? Ja, hallo, ich bin Nils Zimmermann, ich bin Wirtschaftsjournalist. Ich habe eine Frage, könnten wir uns vielleicht Europa als eine Gelateria vorstellen? Gelateria, Gelato, Eis, Eiskaffee. Es gibt ja viele, viele gute, verschiedene, also wenn ich ins Eiskaffee gehe, möchte ich nicht nur Vanille sehen. Wenn ich 28 verschiedene Geschmäcke habe oder noch mehr regional, ist das eine tolle Sache. Man kann auch neue erfinden. Und es gibt gut geführte und schlecht geführte Gelaterias. Ja, es gibt solche, die sauber sind und wo sie ständig versuchen, alle die Produkte zu verbessern. Sowas gibt es. Und es gibt sehr schlecht geführte, wo man gar nicht hin möchte, die sind dreckig und die sind vernachlässigt. Und Sie, Herr Fischer, haben gesagt, wenn ich das nicht richtig, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, wir sollten eigentlich massiv in Europa investieren. Infrastruktur, Verteidigung, aber auch High-Tech, dass wir uns voranbringen. Und meine Frage an Sie, nehmen Sie an, der Herrgott Kemel, ja, großen Bart, sehr zäunig und sagt, Fischer hat recht, wir müssen endlich in Europa investieren. Ihr versaugt mir den Laden, Klimaveränderungen und alles. Ihr nehmt das gar nicht ernst. Das muss jetzt gelöst werden, und zwar von Europa, und zwar jetzt. Sieben Jahre Zeit habt ihr. Joschka, du machst das jetzt. Du wirst jetzt Designer von dem Finanzmechanismus, ja, den wir brauchen in Europa. Euro-Bonds vielleicht, grüne Euro-Bonds vielleicht, langfristige vielleicht, mit sehr, sehr niedrigen Zinsen von Staaten vielleicht unterstützt. Aber die Finanzmechanismen zu designen, die das ermöglichen könnten, so dass wir reicher werden und nicht ärmer werden, so dass es uns wirklich voranbringt finanziell. Wie würden Sie das machen? Okay, wir nehmen vielleicht noch eine Wortmeldung, die Dame da mit dem weißen Hemd, und dann gehen wir in diese Richtung. Und weil ich würde sagen, die erste Wortmeldung war eigentlich ein Kommentar, oder? Ja. Hallo, guten Tag, mein Name ist Maria Janssen, ich bin von RT Deutsch, und Sie haben, also ich komme aus der Ukraine. Russia Today. RT Deutsch. Und Russia Today, richtig, in Deutschland. Und da haben Sie davor auch meine Heimat erwähnt, Sie haben gesagt, ja, junge Leute oder Studenten in der Ukraine, auch in Balkanländern, die können wir den anderen nicht überlassen. Und da würde ich doch tatsächlich von Ihnen wissen, wen meinen Sie mit anderen und was meinen Sie genau unter überlasten. Und ob die anderen das vielleicht auch so sehen. Danke. Gut, also die erste Frage, wie retten wir Ungarn? Wie würde Joschka Fischer den Finanzmechanismus designen? Und wer sind diejenigen, denen die Jugend überlassen wird? Wer möchte? Also, es wurde gefragt, wenn Gott zu mir käme und das sagen würde, würde ich sagen, Herr, wer bin ich, dein Wurm, ein Wurm, wenn du bereit bist, mir beizustehen, dann würde ich die Aufgabe übernehmen. Man muss es realistisch sehen. Und er sagt ja, na gut, dann gebe ich mir nachher seine E-Mail, damit wir in Kontakt kommen. Nein, aber jetzt mal im Ernst, ich glaube, so schwierig ist das gar nicht. Die muss ich nochmal zurück in die Finanzkrise. Ich habe nie verstanden, das deutsche Engagement in Griechenland geht ja bis in die Unabhängigkeitszeit zurück. Damals, der erste König war ein Wittelsbacher und der brachte bayerische Beamte mit, gute bayerische Beamte. Und bayerische Beamte hieß damals in französischer Tradition. Da der Graf Mongola, also das Bayern, auf das die Bayern so stolz sind, ist ein napoleonisches Geschöpf. Und auch mit allen positiven Elementen darin. Und die bayerischen Beamten sind innerhalb weniger Wochen in Griechenland an der Realität Griechenlands gescheitert. Wer meint, dass wir Europa so ausgestalten können, dass es sozusagen ein Effizienzkriterium gibt und unabhängig von den geschichtlichen Voraussetzungen wird das funktionieren, der wird scheitern müssen. Ich sage da immer ein Bon mot. Die Deutschen hätten gern, dass sie Griechen gute preußische Protestanten würden. Das Problem an der Sache ist nur, erstens werden es die Griechen nicht werden und zweitens würde kein deutscher Urlauber mehr dorthin fahren, wenn es so wäre. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, wir müssen mit einer gewissen Diversität in Europa leben. Und ich prophezeie Ihnen, die Franzosen werden in wesentlichen Überzeugungen nicht die Deutschen teilen und umgekehrt auch. Das heißt, die französische Philosophie wird die französische bleiben und die deutsche die deutsche. Das Verrückte ist, beide meinen, immer nur ihr Weg würde der Alleinseligmachende sein. Beide produzieren aber sehr gute Resultate. Nirgendwo können Sie das besser als bei Airbus studieren. Und insofern der Umgang mit dieser Diversität ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, weil daraus entsteht auch Kreativität. Das muss man auch sehen. Zur Finanzlage. Ich war der Meinung, wir hätten uns sehr viel großzügiger verhalten sollen. Was wäre gewesen, wenn Angela Merkel nach Griechenland recht früh gereist wäre und hätte klargemacht, das wird sich unter keinen Umständen wiederholen und darf sich nie wiederholen. Und dafür müssen folgende Maßnahmen ergriffen werden. Aber gleichzeitig den Griechen nicht das Gefühl der Demütigung gegeben, sondern auch klargemacht hat, wir sind eine Familie. Schwerer Fehler. Darf sich auf keinen Fall wiederholen. Aber wir lassen euch nicht hängen. Am Ende war es ja so. Was mich an der deutschen Position so irre gemacht hat. Erst, wir sind sozusagen die Schurken in dem Spiel, um am Ende dann doch zu bezahlen. Also wir produzieren unseren eigenen doppelten Schaden. Das ist, was ich nicht verstehe. Das macht mich verrückt. Das wäre so einfach gewesen aus meiner Sicht. Und ich meine, warten wir mal ab, was aus Italien auf uns zukommt mit der neuen Regierung. Das, was man liest, gibt ja zu großen Hoffnungen Anlass. Das war jetzt ironisch gemeint. Und das wird eine große Herausforderung. Es wird nicht den Knall geben, sondern am Ende wird es, aber es wird schwierig werden. Ich wage mal die Prophezeiung. Damit Sie mich nicht missverstehen. Ich hatte in Mailand eine Diskussion mit ein paar hundert Mailanderinnen und Mailandern, Bürgern, bürgerlicher Schicht. Und die schimpften immer nur auf La Merkel, bis mir die Hutschnur riss. Wo ich irgendwann mal sagte, es wird dauernd über Frau Merkel hier. Frau Merkel ist an allem schuld. Sie ist an einem nicht schuld. Die italienische Staatsverschuldung hat Angela Merkel nicht aufgebaut. Während nicht erwähnt wurde ein bedeutender Bürger dieser wunderschönen Stadt Mailand, nämlich Silvio Berlusconi, das habe ich denen dann auch gesagt, der zur Staatsverschuldung sehr viel mehr beigetragen hat. Wir sind in der Situation, dass wir eine Währungsunion haben, dass wir sozusagen vergemeinschaftet sind im Währungsbereich, aber in der Haushaltspolitik fährt jeder noch seinen eigenen Kurs. Wir sind jetzt leider auch in der Situation, dass wir ja noch ein zweites spannendes Podium vor uns haben, dass ich gerne Kalubso Nikolaidis noch mal das Wort geben würde. So wünsche ich mir Europa. So wünsche ich mir Europa. Beim Luft holen, zack. Ja, das ist manchmal so. Ich dachte, wir leben die Diversität. Nein, nein, ich meine das jetzt anerkennend. Ich würde gerne das Wort noch mal rübergeben und noch zwei Wortmeldungen gerne aus diesem Bereich und dann müssen wir relativ zackig auch schließen. Also es ist die Frage nach dem, was können wir Ungarn retten? In hearing your desperate tone, Joschka, I kind of really empathize because, I mean, if you're German and you have loads of money and you're at the center of Europe, you have all these headaches right now. I mean, that's basically the conversation we're having. The kind of headaches that Germans have to worry about. So, you know, you've got the British talking about God. You know, the Brits, you don't understand Brexit if you don't think exodus. You know, the people were shackled. Let the people go. You know, that's how they, you know, think. And so, you know, how do you let the people go when actually you're so intermingled? Then you have your Greeks. I mean, they've given you loads of headaches and indeed they don't want to become like Germany. But they do, you know, have a special place in their heart for Germany. And indeed, you know, I think the Greeks have always just pleaded with the Germans to come and invest on our shores, you know, give much higher salaries to your workers so they can spend it on the beaches of Greece. You know, that kind of thing. So we can kind of solve your headache. Then we have, we've got the Hungarian indeed headache where, you know, we all kind of end up being desperate and saying, well, there's something called Article 7 of the EU treaties. What is that? It's the nuclear option. You know, it's like we take away the voice of Hungary in Europe. That's, that's the ultimate thing. But Germany can't be seen to use Article 7 or indeed have really, really tough conditionality. Doesn't look good. No, we don't do that. We modern Germans. So how do you solve the Hungarian headache? Well, we've tried to say something about this. Basically empower the opposition, work with the opposition and maybe use some instruments, but really open up their space again. And indeed count on the new generations. And finally, you've got your own headaches and with the IFD and all the rest of it. And I was wondering about listening to the first question, but listening to my German friends, you know, how do you connect all these so-called populist movements or really populist movements? You know, don't we want to kind of make rather important distinctions? Because there are those like really not now the bulk of the AFD, which is all about exclusion, othering, all of that. And we have their correspondent in other parts of Europe. There are those who are different. They just say, like in Hungary, we are the people, you know, so we can close the door of democracy behind us because we represent the people, just like Erdogan in Turkey. Now, what do you do about those? Because the people, they sometimes when they have angst, they like to recognize a leader who says that. It's reassuring. So that's a very different story from Five Stars. You were talking about Five Stars. I'd love to hear what our green friends, you know, think about Five Stars. Very complicated. They have some really good stuff, you know, on the environment and water and all of that. Whoa. But they're really ambivalent, ambiguous about migrants. And then they go and ally with Liga Norte, one of those kind of AFD types, you know. So what do we make of them? I'm really sorry, Germany, for all these headaches that Europe is giving you. You know, maybe you should just dump Europe and forget about all these neighbors and, you know, do your own thing. I don't know. Now we're going to talk about two words. Two words from here. Maybe these two ladies, who are there so... Yeah, stop. Yeah, exactly. Hello. My name is Emilia. I come from Serbien. Sie haben ja kurz die Situation im Westbalkan angesprochen und ein pessimistisches Bild gemalt, Herr Fischer. Ich teile Ihre Meinung und ich wollte fragen, was halten Sie eigentlich von der Politik der Stabilitokratie, die gegenüber dem Westbalkan geführt wird? Also ich habe diese... Das heißt, dass man Autokraten wie zum Beispiel serbischen Präsidenten Herr Vucic dann trotzdem gewissermaßen unterstützt und nicht nur Herrn Vucic. Es gibt weitere problematische Politiker in der Region. Und ich frage mich einfach, wenn man jetzt überlegt, diese Länder im Westbalkan sollen irgendwann der EU beitreten, was macht man dann mit ihnen? Also ich habe diese Frage, ich durfte eine Zeit lang in der Kommission arbeiten, ich habe da diese Frage mehrmals gestellt und dann wurde mir gesagt, ja, junge Dame, so funktioniert Diplomatie. Okay, also das verstehe ich, aber ich finde, das ist schon eine schwache Leistung. Sie sind ein realistischer Politiker. Was können Sie mir dazu sagen? Was ist Ihre Perspektive und wie könnte man konstruktiver mit der Situation vor Ort umgehen? Moment, wir sammeln. Daneben war noch eine Wortmeldung. Ja, genau. Meine Frage ist wesentlich allgemeiner. Mein Name ist Martina Battestini. Ich wollte Sie fragen, es ging ja um Treiber sozusagen vor Europa, also positive Treiber. Sie haben die EU-Forschungs- und Wissenschaftsförderung erwähnt und haben auch gesagt, dass die sehr erfolgreich war. Ich glaube, es wäre sehr wichtig zu fragen, woran merken die Bürger und Bürgerinnen das, dass diese Forschungsförderung erfolgreich war. Sie haben von dem technologischen Wettkampf gesprochen, in dem wir stehen. Umso mehr wäre es günstig, das deutlicher zu machen. Wie kann man das deutlicher machen? Ja, ganz einfach. Ich meine, das müsste positive Nachrichten müssen da kommen. Nicht immer nur negativ Nachrichten, sondern positive Nachrichten. Und da sind die nationalen Regierungen allerdings schwer beteiligt daran. Das sind dann immer Sie und umgekehrt, das Schlechte ist die EU. Dieses Spiel muss aufhören. Und das wäre eine der politischen Herausforderungen an europäische Kräfte, Persönlichkeiten und Parteien, das zu kontern. Dann gab es weitere Fragen. Ich wollte die Frage mit den nicht im EU-Raum lebenden Studenten beantworten, in einem bedeutenden internationalen Medium gestellt. Und ganz einfach, ich würde Sie einladen, ohne Einsatz von Gewalt, einladen, Ihnen Stipendien anbieten. Ich würde das auch auf Russland ausdehnen, wenn Sie das beruhigt. Ich würde Sie einladen, ich würde sagen, kommt nach Europa. Das ist, was ich meine. Ein offenes Europa, das junge Menschen anzieht. Ich halte überhaupt nichts davon, etwa da Russland auszuschließen, sondern im Gegenteil. Es ist ein Fehler, dass wir junge Russen nicht offene Grenzen haben. Es ist ja ein Grundsatz, weil ich sage, dass wir in der Begehe auch der russischen Regierung, dass visa-freies Reisen möglich ist. Man muss das ja nicht für Oligarchen machen. Man kann das aber für Studenten zum Beispiel anbieten. Ja, da wäre ich sehr dafür. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Und dann war noch eine Frage jetzt, kurzes Stichwort. Parteien? Parteien? Nein, nein. Orban? Orban. Ja. Also Orban wird, ich halte ihn für völlig überschätzt. Ich meine, Orban bläst sich da auf. Solidarität ist eine Zwei-Bahn-Straße. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Mir kam diese Idee zum ersten Mal, als er sein Referendum machen wollte. Ob Ausländer rein dürfen oder nicht. Ja, dann machen wir doch ein Referendum, ob wir Orban Geld geben wollen. Ich weiß, wie das ausgegangen wäre. Überhaupt keine Frage. Das ist eine Verballhornung demokratischer Grundsätze. Aber Orban wird schon begreifen müssen, dass er nicht die EU angreifen kann und gleichzeitig die Hand aufhalten. Es gibt ein altes, nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen europäischen Ländern geltendes Sprichwort. Man beißt nicht in die Hand, die einem füttert. Das tut man nicht. Das ist sehr unklug. Und das wird Orban lernen. Ich bin mir sicher, dass bei den Haushaltsverhandlungen das eine Rolle spielen wird. Weil es ist nicht einsehbar, warum man auf der einen Seite die EU permanent attackiert und auf der anderen Seite von ihr leben will. Entweder oder. Beides wird nicht gehen. Die Frage ist nur, wann? Naja, bei den Haushaltsverhandlungen. Da geht es um ein Budget über sieben Jahre. So, ich würde jetzt gerne noch einen letzten Beitrag von Kalypso Nikolaidis hören. Dann brauchen Sie alle eine Pause. Und um... Westbalkan kommt noch. Und um 19... Ach, Westbalkan. Entschuldigung. Und um 19.15 Uhr beginnt das nächste... Nein, jetzt setze ich mich durch. Die Westbalkan-Frage muss ich noch beantworten. Kurz, Westbalkan. Mein Eindruck ist der, dass im Moment die Haltung wichtiger Regierungen, auch der Bundesregierung, aber auch anderer Regierungen, wie ich höre, ist Paris da noch am skeptischsten, gerade ändert, dass man die Bedeutung des Versprechens für den Westbalkan begriffen hat. Ihre Haltung zu Vucic verstehe ich, aber als ehemaliger Außenminister kann ich Sie nicht teilen. Vucic, denke ich, ist eine Chance. Kratzen Sie mir jetzt die Augen nicht aus. Er ist jemand, der Serbien in Richtung EU führen will und führen wird. Ich habe ihn auch als sehr mutig empfunden in manchen Schritten, damit ich hier nicht missverstanden werde. Und insofern denke ich, dass es eine große Chance ist, diesen Grundkonflikt zwischen Serben und Albanern zu überwinden. Das ist ein historischer Konflikt, der sehr viel zur Instabilität der Balkanregion beiträgt. Das zu überwinden wird nur im Rahmen der EU gehen. Schauen Sie es sich doch an, die Briten begreifen jetzt, welche Bedeutung für die Überwindung eines ähnlich alten Konfliktes in Nordirland die Europäische Union hatte. Die Frage, gehören wir zum Vereinigten Königreich als Protestanten oder nicht? Gehören wir zur Katholischen Republik oder nicht? Ist durch die Mitgliedschaft beider irrelevant geworden? Durch die offenen Grenzen, durch Arbeitsplätze und jetzt? Das hat nie eine Rolle gespielt wirklich in der Brexit-Entscheidung. Und jetzt stellt man fest, das größte Problem, für das es keine Lösung gibt. Und insofern sollten wir Europäer sehr viel mehr auch darüber sprechen. Das Friedensthema ist nicht weg. Das hat sich nur Gott sei Dank transformiert. Es sind keine kontinentalen Konflikte mehr. Aber an Nordirland und am westlichen Balkan kann man das sehr klar sehen. Gut, noch ein letztes Wort. Kalypse Nikolaidis, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Well, perhaps we can use the example of the Balkans to praise German leadership when it's benign and visionary. So you, do you all know the Berlin process? You all know what it means? I mean, how many of you have heard of the Berlin process? Kind of like one-tenth, although the, okay. So after all, here was Germany stepping in when we all realized several years ago that enlargement was not going to happen anytime soon. These bloody Balkans, they produce more history than they can consume, you know. So they are a headache, too. So here's Berlin coming in and saying, well, in the meanwhile, we'll help you guys build infrastructure, do development, low politics things, not really identity politics. But not the infrastructures built by the Chinese. Well, there you go. So we didn't even do enough of it. But then we have, so we had this Berlin process. And the western Balkans adore it, you know. Thank you, Berlin. Well, except it's a bit exclusionary, like poor Greece is not part of it. And it does consider itself as part of the Balkans. But do you know that the next meeting, perhaps the very last one, will be in London? And that meeting will be the moment when the Berlin process re-enters the enlargement dynamic. Maybe becomes mainstream and becomes a new aspiration to enlargement by these countries. So we're going to have been speaking a lot with these London British FCO, you know, foreign office officials who are wonderfully brilliant. And we're going to spend all these days persuading the western Balkans to do things to enter the EU at the very moment when they're in a huge rush to get out of it. So, you know, Europe, yeah, maybe not always fun, but offers us some ironies that sometimes we should, you know, ponder and enjoy. Vielen Dank. Mit dieser gemischten Bilanz schließen wir dieses Podium. Ich danke meinen beiden Podiumsgästen, Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen. Um 19.15 Uhr geht es hier im Saal weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die Frage zwischen dem Europa in seiner inneren Zerrissenheit, in den äußeren Herausforderungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die vielen Ideen, die Dynamik, die es gibt in Europa. Wie kommt das eigentlich zusammen? Und ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Was sind die guten Methoden, mit denen wir Europa erhalten? Und insofern gab es jetzt keine Debatte, sind wir pro-europäisch oder anti-europäisch oder euroskeptisch oder so, sondern die Frage war, schafft Europa ohne einen so blutigen Konflikt, wie ihn der Zweite Weltkrieg dargestellt hat, sozusagen dieses Friedenssystem aufrecht zu erhalten, ohne wieder in eine so disruptive Veränderung zu kommen? Oder nicht? Und die Frage ist am Ende ein Stück offen geblieben, aber ich fand, dass es so Silver Linings, Kalypso hat von Silver Linings gesprochen, das hat mir gut gefallen. Das sind die jungen Leute, für die Europa eine Realität ist. Das sind Kooperationen zwischen Wissenschaftlern, zwischen Medienleuten, zwischen Kommunen, zwischen Start-up-Unternehmen. Das sind Ansätze, aus denen ein stabiles Europa und eines, das sich weiterentwickelt, wachsen kann. Und die Frage, brauchen wir jetzt eigentlich eine gesamte Idee oder in Anführungszeichen reicht es uns zu fragen, macht uns Europa eigentlich so, wie es ist, glücklich? Und wenn nicht, was müssen wir ändern? Das, finde ich, hat in diese ganze Debatte nochmal so eine große Offenheit gebracht. Und der Witz an der Geschichte ist ja, dass am Anfang von Kalypso als Aristoteles-Bezug kam und dass wir am Ende über das Thema Griechenland geredet haben. Also ergab sich sozusagen auch nochmal ein schöner Bogen zwischen diesem, was sind eigentlich die Wurzeln Europas hier, in der griechischen Philosophie, in der Staatsphilosophie, Platos und in der Kritik Aristoteles daran, dann ein bisschen zur Frage, wie ist eigentlich Deutschland mit Griechenland umgegangen in der letzten Zeit. Also wenn die Tagung so bleibt, dann wird das, glaube ich, ein ganz großes Erlebnis für alle, die dabei waren. Ja, da möchte ich einmal noch von dir wissen, warum ist es denn wichtig, solchen europapolitischen Diskussionen so einem Forum wie heute Abend zu bieten? Wir brauchen diese Diskussionen, weil wir uns genau über diese Ideen verständigen müssen, damit wir nicht in diese Abwärtsspirale kommen. Die Spaltung innerhalb der einzelnen Demokratien in Deutschland erleben wir das auch, wird immer stärker. Die Europafeinde scheinen den Diskurs zu dominieren. Nein, das ist nicht der Fall, sondern wir brauchen es auch, um uns ehrlich zu machen und uns aber auch mal ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, okay Leute, jetzt gucken wir mal vernünftigerweise hin, was sind denn eigentlich die Möglichkeiten? Und deshalb brauchen wir die Debatte und die Diskussion darüber. Und das wird alle, die jetzt hier waren und in ihre Bereiche zurückgehen, auch ermutigen. Die werden etwas davon mitnehmen. Gleich um 19.15 Uhr mit etwas Verzögerung beginnt ja das zweite Panel. Da geht es um die Frage, welche Erwartungen haben die anderen Länder, die anderen europäischen Länder auch an Deutschland. Gäste sind Annalena Baerbock, die Grünen-Vorsitzende. Dann die Vorsitzende des französischen Europa-Ausschusses, Sabine Tillay. Und Katarzyna Pejuczynska-Nawensch. Das ist die ehemalige polnische Botschafterin. Welchen Erkenntnisgewinn erwartest du von dieser Diskussion? Also erstmal ist uns schon mal wichtig gewesen, dieses Panel so aufzubauen, dass wir sozusagen das Weimarer Dreieck auf dem Podium haben. Weil selbst wenn der deutsch-französische Motor anspringt, worauf wir ja jetzt alle warten und bekanntlich sind die Grünen leider nicht in der Regierung, sondern andere Kräfte sind in der Regierung, die vom Prinzip her europafreundlich sind. Aber wie kommt das eigentlich dann auch wirklich ans Laufen? Wie antwortet die Regierung auf Macron? Das ist das eine. Und das andere ist, wie schaffen wir es, dass wir die Spaltung in Osteuropa und die bösen Leute aus Osteuropa, die nicht mitmachen wollen und so, auf der einen Seite und in die anderen auf der anderen Seite, dass wir die verhindern. Deshalb müssen wir diese französisch-deutsch-polnische Debatte führen. Und wir sehen natürlich, dass die Situation in Polen nicht einfach ist und dass das auch vielschichtig ist. Aber ich beobachte oft in der deutschen Diskussion, dass die Lage in Polen viel gröber gesehen wird, als sie in Wahrheit ist. Wir haben ein lebendiges, ein ziviles, ein Land, das immer noch ein demokratisches Land ist, mit Pressefreiheit, mit Freiheit auch für die Opposition, sich zu strukturieren. Und wir sind gespannt, was Katarzyna uns dazu sagen wird und wie sie das einschätzen wird. Und inwiefern kann Polen Teil dieses deutsch-französischen Motors sein und kann dazu beitragen? Und wie nimmt Polen dann auch andere Länder in Mittel- und Osteuropa mit? Herr Überscher, vielen Dank dir. Ich wünsche dir natürlich auch für Panel 2 eine ertragreiche Diskussion. Und wir machen jetzt hier weiter. Ich habe euch ja vorhin gesagt, ich werde euch noch zwei bildungspolitische Bürgerinitiativen vorstellen, europapolitische Bildungsinitiativen vorstellen, die sich im Vorraum aufgebaut haben. Polis 180 war die erste. Es sind noch zwei weitere da, die super spannend sind. Und da gehen wir jetzt hin. Achtung. So, ihr folgt mir noch. Dann einmal hier rum in den Vorraum, bitte. So. Ja, da ist Marta Pérez. Wir hatten vorhin kurz vorgesprochen, du bist von European Alternatives. Was ist eure Zielsetzung? Also wir sind ein transnationales Netzwerk von Aktivisten und Künstlern und Journalisten. Wir sind sehr divers und wir setzen uns für alternative Formen von bürgerlichen Beteiligung in Europa. Also wir gucken uns an, was für Initiativen es gibt. Und wir versuchen, sie zu vernetzen und sie zu ermächtigen, so ihre Botschaften zu fördern und ihre Innovationen, Innovativen. Was kann ich denn, wenn ich als Bürger jetzt interessiert bin, bei euch mitzumachen? Was kann ich tun? Wie komme ich zu euch? Also durch unsere Webseite, aber auch durch unsere lokale Gruppe in Berlin. Wir haben auch eine lokale Gruppe in Berlin, wo man mitmachen kann. Man kann Mitglied sein von European Alternatives. Es gibt auch einen internationalen Kongress, der am 15. September in Berlin, die wir zusammen mit dem Internationalen Literaturfestival organisieren. Und da werden wir uns die Frage stellen, was kommt nach dem Nationalstaat? Und ja, laden wir alle Leute ein, einfach uns kennenzulernen dort zu haben. Ja, dann danke ich dir. Wir rutschen gleich einen Stand einfach weiter. Ja, gerne. Und wir sind bei Hanna Felten und Nathalie. Deinen Nachnamen nochmal bitte? Nathalie Barth. Nathalie Barth. So, sehr schön. Ihr seid von European Moment. Ihr habt euch auf die Fahnen geschrieben, die Menschen zu mobilisieren, an Europa teilzuhaben. Ganz konkret bedeutet das was bitte? Wir haben schon ganz unterschiedliche Projekte und ganz unterschiedliche Herangehensweisen ausprobiert. Also zum Anfang haben wir uns eher auf den March for Europe bezogen, auf Demonstrationen, proeuropäische Demonstrationen. Dann haben wir uns gedacht, okay, Straße ist cool, aber das reicht nicht. Wir brauchen auch inhaltliche Forderungen und haben daraufhin eine Petition an den Bundestag gestellt mit 13 Forderungen für ein demokratischeres Europa. Haben da 20 proeuropäische Institutionen, Organisationen vereint. Und jetzt machen wir unseren nächsten March for Europe. Und jetzt sind wir dabei, am 23.06. den Marsch for New Europe zu planen. Wir gehen nochmal auf die Straße am 23.06. um 12 Uhr in Berlin mit unseren Forderungen. Und wir laden alle herzlich dazu ein, darin teilzuhaben. Um 12 Uhr geht es los an der Friedrichstraße. Und wenn ihr gerne bei der Planung schon dabei sein wollt, wir treffen uns am Dienstag in der... Sofienstraße, 28. Um 18.30 Uhr. Kommt gern vorbei. Jeder ist bei uns willkommen. Und weil ich gestern die Frage gestellt bekommen habe, ob es Reduktionen auf Mitgliedsbeiträge gibt. Wir haben nicht mal Mitgliedsbeiträge. Noch besser. Kommt einfach vorbei und macht mit. So laden wir euch herzlich ein. Folgt uns auf Facebook. Unsere Veranstaltung ist auch jederzeit online. Und kommt einfach vorbei. Wir freuen uns. Alles klar. Sehr schön. Ihr habt überzeugt, glaube ich. Ja. So. Ich wollte noch eine Sache in eigener Sache euch sagen. Ihr seht, das ist hier alles ein neues Format. Wir experimentieren selber hier ein bisschen rum mit diesem Streaming Plus. Und wenn ihr es mögt, dann freut uns. Ein Like. Aber in jedem Fall freut uns euer Feedback. Also gerne den Daumen nach oben. Und wir machen jetzt hier erstmal eine kurze Pause, kommen aber dann nochmal wieder mit einem Interview, was ganz spannend wird. Bis dann. Vielen Dank. 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 etwas. was Europa tragen soll. Wir haben so ein Dreieck hier zusammen gebastelt mit unseren drei Gästen, unseren Referentinnen und würden uns gerne aus dieser Perspektive aber nicht nur auf die Zukunft Europas schauen. Zunächst möchte ich vorstellen, unsere, also unsere würde ich nicht sagen, aber die Parteivorsitzende der Partei Bündnis 90 Die Grünen, um Gottes Willen, Annalena Baerbock. Annalena Baerbock ist Mitglied des Bundestages und seit dem 27. Januar dieses Jahres Parteivorsitzende geworden. Sie ist aber schon viel länger im Bundestag und politisch aktiv, nicht nur als klimapolitische Politikerin, sondern auch aktiv im deutsch-polnischen Dialog. Sie war Mitglied der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, davor Parteivorsitzende in einem wichtigen ostdeutschen Bundesland. Auch eine wichtige Perspektive, wie ich finde, wenn wir über Europa reden, gerade zu heutigen Zeiten. Und studiert hat sie in London. Also alle möglichen London School of Economics, Völkerrecht. Alle möglichen Perspektiven, alle möglichen Problemzonen, Völkerrecht. Da ist ja auch noch nicht viel jetzt davon geblieben, übrig geblieben. Also das ist Annalena Baerbock und jetzt als Spitze der Grünen Partei. Okay. Annalena Baerbock, ja. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass du uns in dieser Eigenschaft besuchst, oder? Auf dem Podium. Also auf so einer großen Konferenz. Auf so einer großen Konferenz, ja. Ja, sehr gut. Da habe ich noch nachgeschoben. Annalena war auch Teil der Gruppe, die eigentlich diese tolle Jamaika-Konstellation aushandeln musste. Und gerade aus dieser Perspektive ist interessant zu lesen, was sie jetzt sagt zu dieser jetzigen Bundesregierung. Zum Beispiel vermisst sie ein Gesicht in dieser neuen großen Koalition und das ist Martin Schulz. Sie hat mal im Interview gesagt, du hast mal im Interview gesagt, uns fehlt ein Martin Schulz in dieser Bundesregierung. Warum? Was fehlt dir und was hättest du, wenn du jetzt in der Regierung wärst, anders gemacht, was Europapolitik angeht? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diese tolle Konferenz. Wenn ich in der Bundesregierung wäre, hätte ich jetzt nicht Martin Schulz zu meinem Staatssekretär gemacht. Und das Zitat war leicht anders. Wir haben ja Jamaika verhandelt und haben da stark dafür gestritten, dass wir gesagt haben, Deutschland muss bei der Frage europäischer Zusammenhalt, europäische Solidarität, aber insbesondere die Zukunft Europas mit Leidenschaft und Werbe gemeinsam vorangehen und vor allen Dingen das, was mit Blick auf die Vorschläge von Herrn Macron auch auf den Tisch lag, endlich darauf eingehen und gemeinsam diese Zukunft gestalten. Das war wahnsinnig schwierig mit den Konstellationen, mit denen wir da am Tisch saßen und als dann die Große Koalition ihren Koalitionsvertrag fertig verhandelt hat, ich halte sowieso nichts davon von einer Politik, die immer nur drauf schlägt, weil die Idee nicht von einem selber kam, habe ich sehr deutlich gesagt, dass was da ausverhandelt wurde im Europakapitel, das ist was, was durchaus positive Züge mit hatte und dass ich sehr, sehr hoffe, dass wir gemeinsam auch als Deutscher Bundestag den proeuropäischen Kurs, der da drin steckte, weiter tragen können. Und als Martin Schulz dann jetzt nicht mehr weiter mit dabei ist, habe ich gesagt, mit Martin Schulz hat offensichtlich der letzte und einzige Europäer dieser großen Koalition die Bundesregierung verlassen und das ist sehr, sehr schade, weil man das Gefühl, jedenfalls aus meiner Sicht derzeit hat, dieses Koalitionskapitel, wo viel drin steckt, wo zum Beispiel drin steckt die Frage europäische Solidarität, wie schaffen wir es, dass nicht die nächste Finanzkrise wieder auf Europa zurollt und man dann nachher mit dem Feuerwehrschlauch alles löschen will, sondern dass man vorher Brandmauern schafft, um die nächste Finanzkrise zu verhindern, dass dieses Kapitel offensichtlich ungelesen wieder zugeklappt wurde, als Martin Schulz die Koalition verlassen hat. Und das ist ein Riesendesaster, um es mal ganz, ganz deutlich zu sagen, weil wir in diesen Zeiten, wo schon ja die Triebkräfte auch Europa nicht nur zusammenbringen, sondern auseinander treiben, gerade eine sehr proeuropäische Haltung von Seiten der Bundesregierung brauchen. Und das fängt an bei der Frage natürlich, was ist es und Europa uns wert, geht aber auch weiter, wie schaffen wir eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik, gerade in diesen Tagen, wo die europäische außenpolitische Stimme stärker gefragt ist denn je und geht auch in den Bereich, was bedeutet eigentlich Europa in der Energie- und Klimapolitik. Und auch da fehlt mir der europäische Impuls leider, muss ich sagen. Nun bist du, wie ich gesagt habe, eigentlich sozusagen politisch ursprünglich aus dem Osten Deutschlands, aus dem Osten Deutschlands, aus Ostdeutschland, sagen wir so, und aus Brandenburg und du weißt ganz genau, wie viele Menschen da ticken und du weißt ganz genau, dass es sehr viele Vorbehalte gibt, nicht nur gegen liberal-demokratische Institutionen, sondern auch gegen dieses komische Europa in Brüssel. Frau Merkel ist genau diesem Druck ausgesetzt. Wie hätten die Grünen es geschafft, trotz dieser Stimmung im Land diese Visionen zu verwirklichen? Also zum einen teile ich das nicht so, dass gesagt wird, alle in Deutschland sind gegen Europa. Das erlebe ich ganz anders. Das erlebe ich auch in der Grenzregion Deutschland, Polen, in Frankfurt oder zum Beispiel immer wieder, dass das, was da auch auf der kommunalen Ebene an Zusammenarbeit da ist, zum Beispiel, dass da jahrelang für eine grenzüberschreitende Straßenbahn, die erste grenzüberschreitende Straßenbahn gestritten wurde, jetzt erstmal ein Bus fährt, dass man eine gemeinsame Wärmeversorgung geschaffen hat, weil in Frankfurt oder die Einwohnerzahl zurückgeht, in Slubitze massiv steigt und sie vor allen Dingen bei der Wärmeproduktion zu viel haben, jetzt Frankfurt oder mitbeliefert wird mit der Wärme aus Slubitze. Das ist ja Europa vor Ort, das ist, was Europa ausmacht. Und deswegen ist mir immer wieder wichtig, deutlich zu machen, es geht nicht nur um Brüssel, sondern es geht zentral um das Zusammenleben vor Ort. Und auch in der ganzen Bundesrepublik ist die Zustimmung zu Europa nach wie vor sehr, sehr deutlich und stark. Nichtsdestotrotz fragen natürlich viele Menschen, wie kann es sein, dass der Buchladen um die Ecke seine Steuern bezahlt, die großen Digitalkonzerne es eben nicht tun? Wie kann es sein, dass wir auch bei der Frage Daseinsvorsorge vor Ort immer wieder die Herausforderung haben, dass oftmals auch aus Unkenntnis gesagt wird, das können wir nicht machen, weil das müssen wir europäisch ausschreiben. Oder auch bei dem Blick auf soziales Europa, viele Menschen sagen, Mensch, der soziale Zusammenhalt ist doch das, woran wir arbeiten müssen. Und es ist aus meiner Sicht die zentrale Antwort darauf, mit den Menschen in Dialog zu kommen und vor allen Dingen deutlich zu machen, dass man von Seiten der Bundesregierung, aber genauso natürlich im Europäischen Parlament an diesen großen politischen Fragen gemeinsam arbeitet. Und deswegen wäre es das Richtige, auch von Seiten der Bundeskanzlerin in die Debatte mit einzusteigen, wie besteuern wir halt eben Amazon und Google und andere große Konzerne? Wie schaffen wir es, dass wir die Daseinsvorsorge vor Ort auch mit stärken? Gerade steht ja wieder an, auch die Frage Wasser und Wasserprivatisierung im europäischen Raum. Und gemeinsam mit den Menschen darüber in Dialog zu kommen, da gibt es großes, großes Interesse, das merkt man auch immer wieder am Europatag, nur einfach zu sagen, wir warten mal ab und gucken, was in Europa passiert. Das ist das Gegenteil von europäischer Politik. Tolle Themen, eine tolle Themenliste, aber das sind natürlich Themen, die für Menschen in Deutschland erstmal nicht wehtun. Was zumindest in den Köpfen von vielen wehtut, sind die Finanzfragen. Es gibt ja diese Vorstellung, dass Deutschland sozusagen nicht nur jetzt schon zahlt, sondern auch irgendwann, falls wir jetzt Garantien abgeben für andere Länder und die dann finanziell durchdrehen, dass wir dann wirklich dafür blechen müssen. Wie gehen wir damit um? Indem wir ganz offen darüber reden. Das ist ja bei der ganzen Frage auch bei der Unterstützung von Griechenland zum Beispiel mit den einzelnen Tranchen, dass man offen die Debatte darüber geführt hat, warum man die Zahlungen leistet. Dass auch offen und deutlich gesagt wird, ja, wir gehen da in Vorleistung. Und jetzt, wo im Sommer aller Voraussicht nach dann die letzte Tranche auch ausgezahlt wird, man zeitgleich auch sagt, dass das, was immer noch im Raum steht, nämlich zu sagen, ja, wir haben hier als Deutsche nur gezahlt, deutlich offensiv zu kommunizieren. Und auch das tut leider das Finanzministerium nicht, dass wir in den letzten Jahren in einem zweistelligen Millionenbereich Zinsen eingenommen haben, weil wir eben selber Kredite aufgenommen haben zu sehr, sehr günstigen Zinsen. Sie weitergegeben haben an Griechenland. Das war für die immer noch besser, weil sie konnten eben diese Kredite nicht aufnehmen und wir die Differenz bei uns im Bundeshaushalt in den letzten Jahren immer wieder eingestellt haben. Und da aber einfach drüber zu schweigen, ist aus meiner Sicht der vollkommen falsche Weg, sondern deutlich zu machen, guckt, wir sind hier auch ins Risiko gegangen. Ich halte auch nichts davon zu sagen, war alles total einfach. Das war es ja eben nicht. Sondern wir sind hier ins Risiko gegangen, weil wir überzeugt sind, dass die Solidarität Europas uns wert ist. Und weil es eine Katastrophe für die europäische Wirtschaft gewesen wäre, wenn Griechenland aus dem Euro rausgegangen wäre, dann wäre alles ineinander zusammengebrochen und es hat sich am Ende für uns ausgezahlt. Aber das tut man eben nicht, weil dann dieses alte Ritual wieder greift, naja, das, was man an eigenen Gewinnen hat, das verbucht man dann mal als eigene Folge und sagt eben nicht, dass hier die europäische Zusammenarbeit eben auch eine Stärke insgesamt war. Vielen Dank, Annalena Baerbock. Wir überschreiten die noch formell bestehende Grenze zu unseren Nachbarn in Frankreich und gehen zu Sabine Thillet. Sabine Thillet ist eine, ich bin halt Osteuropäer, ich spreche so, wie es hier steht quasi. Sabine Thillet ist Mitglied in der Nationalversammlung seit kurzem. Herzlichen Glückwunsch. Das ist auch eine neue Rolle für Sie. Hat lange Jahre, war sie Geschäftsführerin einer großen Beratungsfirma und was noch wichtiger, eine Kommunikationsberatungsagentur und was noch wichtiger, sehr engagiert in deutsch-französischen Kulturvereinen bei der europäischen Bewegung Frankreichs und kam eben, sie kamen als Teil dieser Bewegung in die französische Politik der Bewegung von Emmanuel Macron. Ganz viele Hoffnungen verbunden mit Emmanuel Macron, ganz viele Hoffnungen, die er auch gestellt hat an viele andere Nationen, insbesondere an Berlin. Sind Sie als Teil dieser Bewegung, Sie sind übrigens auch noch Vorsitzender des Europaausschusses der Nationalversammlung. Sind Sie desillusioniert, enttäuscht über Berlin? Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier in Berlin zu sein. Vielleicht darf ich noch ganz zusätzlich dazu sagen, die Franzosen haben eine sehr große Ehre erwiesen, mich zur Abgeordneten zu wählen, weil ich Deutsch-Französin bin und eigentlich sogar ursprüngliche Deutsche schon vor 35 Jahren nach Frankreich gegangen bin. Und nicht nur... Das ist auch eine Gäste, muss man sagen. Ich würde sagen, das ist eine Gäste und das ist in irgendeiner Weise auch eine Hoffnungsgäste. Man spricht immer so von Europa in der Krise, Europa und ich möchte jetzt endlich mal auch mal sagen, ja, es gibt nicht nur das Krisen-Europa, das muss man natürlich ernst nehmen, aber es gibt auch ein Europa, auf das wir stolz sein können. Und ich kann Ihnen sagen, als ich vor 35 Jahren nach Frankreich gegangen bin und als ich meinen Eltern gesagt habe, ich heirate einen Franzosen und mein Mann hat gesagt, ich heirate eine Deutsche, die sind nicht an die Decke gesprungen. Und das heißt, wir haben in 35 Jahren die deutsch-französischen Beziehungen wirklich vertiefen können und wir haben in Europa etwas aufgebaut heute. Und da dürfen wir auch durchaus mal stolz drauf sein. Aber nein, wir gucken uns immer nur das an, was nicht funktioniert. Und da war ich völlig fasziniert davon. Ich bin erst seit zehn Monaten in der Politik und das ist nicht einfach. Man springt nicht einfach aus einem, das ist kein großes Unternehmen, das ist ein kleines Unternehmen. Man springt nicht einfach aus dem Unternehmensbereich so in die Politik. Da gibt es unheimlich viel zu lernen und für mich sind solche Veranstaltungen wie hier heute auch nach wie vor Feuertaufe, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn so die ganzen technischen Einzelheiten beherrsche ich in diesen zehn Monaten noch nicht. Aber was passiert ist in Frankreich und das fand ich einfach unheimlich toll. Und deswegen habe ich meine Kandidatur eingereicht, als Emmanuel Macron gerade auch Frauen dazu aufrief. Das war einfach mal zu sagen, wir nehmen auch mal Unternehmer ernst in Frankreich. Frankreich muss sich reformieren. Wir können nicht immer nur anderen sagen, was sie tun sollen, in Anführungsstrichen, sondern wir müssen auch vor unsere eigenen Haustüre kehren, damit wir in Europa weiterkommen. Und das geschieht heute. Und der zweite Aspekt war, sich für Europa nicht zu schämen, sondern auf Europa stolz sein können. Und wenn man das so mitbekommen hat, wie ich, als ich vor 35 Jahren nach Frankreich gegangen bin, da hatte ich plötzlich keine Bürgerrechte mehr. Deutschland meinte damals, wenn man im Ausland lebte, dann hätte man mit deutscher Politik nichts mehr zu tun, also durfte man nicht wählen. Als Nicht-Französin durfte ich zum Beispiel in Frankreich nicht wählen. Ja, und dann ist die Unionsbürgerschaft gekommen. Ja, super. Da durfte ich plötzlich wenigstens bei den Kommunalwahlen wählen, mich eventuell aufstellen lassen. Ja, bei den Europawahlen genau dasselbe. Und als dann auch zwischen Frankreich und Deutschland die Möglichkeit bestand, die doppelte Staatsangehörigkeit zu haben, da habe ich gesagt, das ist die Realität meines Lebens. Ich lebe in France-Almanie, wie ich auf Französisch sagen würde, in beiden Ländern. Ich liebe beide Länder und ich möchte, dass beide Länder vorwärts kommen, aber auch im Rahmen, die praktisch als Beispiel vorangehen, für die europäische Integration. Und das ist auch, was unser Präsident absolut fördert. Und deswegen ist hier gerade Franziska Brandner. Wir sind beide zusammen in einer deutsch-französischen Arbeitsgruppe. Alle Fraktionen sind dort vertreten, neun Deutsche, neun Franzosen. Und wir versuchen, einem Parlamentsabkommen, was wir im Januar verabschiedet haben, ganz konkrete Gestalt zu geben, um jetzt mal auch einige Hindernisse zwischen Deutschland und Frankreich abzubauen. Zu sehen, wie können wir unseren grenzüberschreitenden Regionen Möglichkeiten geben, besser zusammenzuarbeiten. Aber auch das im Hinblick für andere Grenzregionen, dass die sich davon inspirieren lassen können. Wir haben schon einen ganzen Arbeitstag hinter uns, aber das ist absolut bereichernd. Und man kann, dass alles unsere Divergenzen, die wir auch haben, die da sind, die wir ernst nehmen müssen, die Divergenzen, die wir mit Polen haben, die muss man ernst nehmen. Das kann man nicht wegwischen. Und ich glaube, das ist auch wichtig in Europa, dass wir die Leute ernst nehmen. Denn der Eurosexizismus, der nährt sich nicht unbedingt nur aus denjenigen, die sagen, ich möchte überhaupt nichts mehr zu tun haben. Es gibt auch viele Leute, die sind enttäuscht und sagen, warum tut denn Europa jetzt hier nichts für unsere Sicherheit im sozialen Bereich und so. Das Problem ist nur, dafür brauchen wir mehr Europa. Ja, und diese Kompetenzen wollen wir zum Teil nicht abgeben. Und das ist ein großes Problem. Wie im individuellen Bereich, da gibt es viele Egoismen, so gibt es eben auch viele Egoismen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Und da müssen wir daran arbeiten, die abzubauen, aber indem wir den anderen ernst nehmen. Und dafür müssen wir uns auch viel besser kennenlernen. Im Grunde kennen wir uns nicht. Und diese ganzen interkulturellen Unterschiede, die wir eben auch haben, warum reagieren wir denn so als Franzosen? Oder warum reagieren wir anders als Deutsche? Ja, wir haben eine Geschichte. Wir haben einen kulturellen Hintergrund. Und da müssen wir uns eben auch einigen, wie viel Macht möchten wir denn abgeben? Wo der Machtfaktor spielt eine große Rolle, gerade zwischen Frankreich und Deutschland. Ich würde sagen, wir sagen mal, ja gut, Deutschland müsste vielleicht mal ein bisschen von seinem Gelddenken herunter. Wenn ich das mal so familiär sagen darf, wir sind ja vielleicht unter uns, ich glaube, es ist noch kein Seef hinter einem Sarg hergerannt. Also sollte man da vielleicht auch mal ein bisschen von einigen Positionen abgeben. Und wir Franzosen, wir müssten vielleicht von einigen Machtpositionen auch heruntergehen. Und da kann man die Komplementarität suchen und kann sehen, wie man da zusammenkommt. Nicht nur die Divergenzen. Das ist toll, das ist inspirierend. Und doch möchte ich vielleicht doch ein bisschen Optimismus bremsen. Uns besser kennenlernen, von unseren Stereotypen sich verabschieden. Das ist ein mittel- bis langfristiger Prozess. Und wir haben, das hört man aus Paris, das hört man aus Berlin, wir haben ein Zeitfenster, was sich aus meiner Sicht schon geschlossen hat mit den Wahlen in Italien. Aber zumindest ist das nicht mehr da oder nicht mehr lange da. So, was gedenken sich die Abgeordneten in Frankreich von der Regierungsbewegung? Wie wollen Sie Frau Merkel zu ihrem Glück zwingen und dieses optimistische Bild zu eigen zu machen und dafür auch etwas zu tun und nicht nur schöne Reden halten? Natürlich. Das Stimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass sich nichts mehr bewegt. Das ist ganz klar. Ja, aber da sind wir für alle für gefordert. Und wie Emmanuel Macron schon oft gesagt hat, l'Europe, c'est nous. Europa, das sind wir alle. Das ist nicht irgendein abstraktes Gebilde. Und das kann man nicht nur den Staats- und Regierungschefs überlassen. Da sind wir als Bürger gefragt und da sind wir Parlamentarier gefragt. Und diese ganzen unterschiedlichen Stufen, die müssen zusammenkommen. Man kann das nicht einfach nur auf einer Ebene lassen. Und das versuchen wir gerade als Parlamentarier. Das haben wir noch nie so gemacht. Wir haben zum ersten Mal eine gemeinsame Resolution verabschiedet im Januar. Und wir wollen jetzt ganz konkret an viele Punkte, bei denen wir wirklich unterschiedliche Meinungen haben, wie Verteidigungspolitik, wenn man von Autonomie, Strategie spricht zum Beispiel. In Frankreich, ja, was bedeutet das eigentlich für Europa? Währungspolitik und Migration. Migration, es gibt so viele Themen, die können wir alleine nicht mehr behandeln. Und da möchte ich auch einfach mal sagen, okay, das Zeitfenster geht langsam zu, aber meine Güte, wir haben jetzt gerade mal, das haben wir ja 63, ja, und wir haben seit der Rede von Robert Schumann, sind jetzt gerade mal 68 Jahre vergangen. Da könnte ich, nein, da möchte ich mal sagen, wenn man sich das vor der Geschichte anguckt, das ist recht wenig. Wir haben doch noch nie versucht, in der Geschichte etwas gemeinsam aufzubauen, auch gerade zwischen Frankreich und Deutschland und überhaupt im europäischen Rahmen, ohne uns zu bekriegen. Und das finde ich einfach unglaublich. Ich finde das, und wir müssen kreativ sein. Es gibt doch keine Referenzen, weder juristische, noch wirtschaftliche, noch sonst historische. Ich merke eine unbeirrte Optimistin rechts von mir. Moment, das heißt ja nicht, das heißt ja nicht, dass man naiv ist. Aber wenn man sich nicht bewegt, dann passiert überhaupt nichts. Finde ich sehr sympathisch. Und doch eine letzte Frage in dieser Runde an Sie. Was konkret und bis wann erwarten unsere französischen Kolleginnen an Bewegung in Deutschland? Gibt es sowas? Also gibt es irgendwie so eine Liste, wo es steht bis, ja, keine Ahnung, in drei Monaten erwarten wir eine Antwort zu der Frage gemeinsamer Finanzminister. In so und so vielen Monaten erwarten wir zumindest Gespräche zu anderen Vertiefungsfragen. Also gibt es so eine Laundry-List? Natürlich gibt es so eine Liste, vor allen Dingen auf Regierungsebene. Und ich meine, wir hoffen ja doch, dass im Juni zur nächsten Ratssitzung, jetzt mal von Deutschland ein paar Antworten auf die Vorschläge von Emmanuel Macron zur Währungsunion kommen, zur Eurozone kommen. Das ist ganz klar. Was halten Sie für realistisch als Erwartung? Ich habe leider keine Glaskugel. Gut, alles klar. Da stoßen sogar Sie an Ihre Grenzen. Ja, natürlich. Nicht nur gerade Sie, sondern gerade ich. Ich bin erst seit zehn Monaten in diesem Betrieb. Ja, toll. Danke. Wir gehen jetzt zum letzten, zum dritten Land in diesem Dreiecksverhältnis und gehen nach Polen. Unser Gast ist Botschafterin, Katarzyna Perszynska-Najentsch. Ich habe jetzt Angst, irgendwie falsch nicht mal das schaffen, die Osteuropäer auszusprechen, aus der russischen Perspektive zumindest. Und das ist, sie ist Direktorin des Open Euron Programms von Stefan Batori Stiftung in Warschau. Sie war aber von 2014 bis 2016 Botschafterin in Moskau. Davor eine Staatssekretärin für Entwicklungszusammenarbeit im Außenministerium. Und, weil sie sich nie einfache Aufgaben auswählt, das fand ich interessant, von 2008 bis 2012 Mitglied in der polnisch-russischen Gruppe für schwierige Angelegenheiten. Frau Botschafterin, auf diesem Podium sind Sie genau richtig. Ich weiß, dass Sie jetzt nicht Vertreterin der jetzigen Regierungskonstellation sind. Und ich frage Sie trotzdem, weil Sie wahrscheinlich doch diese Perspektive sehr gut kennen. Freut sich die jetzige Regierung in Warschau darüber, was hier jetzt gerade besprochen wurde, wo die Grünen wie mit dem Kopf gegen die Wand irgendwie ihre Erwartungen äußern. Und es kommt einfach nichts aus dem Kanzleramt oder aus dem Außenministerium. Und die Franzosen sind auch langsam ungeduldig. Ich glaube, die Laune in Warschau ist wahrscheinlich ziemlich gut, oder? Dass wir da nicht vorankommen auf dem Wege der Vertiefung. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. 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 Karl Vás room happy. center Indonesia. Vielen Dank. Vielen Dank. mit Kalypso Nikolaides that the values policy cannot be only about restrictive measure. It also has to be about empowerment. The European Commission has proposed a new financial instrument called Justice, Right and Values Fund. However, in order to be effective, this instrument has to be flexible and should guarantee the necessary funds for pro-European civil activities not only on a pan-European level but also in the member states. I understand that Germany, France, Europe have many headaches, that there are many dividing lines, that no one wants to enter into another costly political battle and that no one wants to escalate the conflict ahead of the elections to the European Parliament. But I would say that it's better to act now when the EU still has effective instruments to secure its unity as a community of liberal democracies. Thank you very much. Ja, vielen Dank. Danke auch für Ihre Stärke und Ihren Mut, dass Sie weiterhin um diese Werte kämpfen in Ihrem Land und in Europa. Eine kurze Nachfrage hätte ich doch zu dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip zum Prinzip der Gerechtigkeit gehört auch ein gewisser Grad an Gleichbehandlung und am Verbot willkürlicher Entscheidungen. Was halten Sie davon, dass Polen ein Land ist, was mit Artikel 7 Verfahren überzogen wird, während Ungarn das ganz locker, flockig weitermachen darf? Und wie erklären Sie das der polnischen Bevölkerung zum Beispiel, dass sie so ungleich behandelt werden? Poland is different from Hungary and it's a Polish case is different from Hungary. Not only because Poland is bigger, not only because law and justice is not a member of EPP, but firstly and foremostly because contrary to Orban, Polish government violated the Polish constitution. And this is the major difference. I am definitely not a supporter of Orban's policy, but I have to admit that he had the majority, the constitutional majority to change the constitution. While Polish government doesn't have such a majority and the right on Supreme Court and the law on Supreme Court, the reform of judicial system in Poland clearly breaches Polish constitution. And this is what makes Polish caves so different from the Hungarian one and this is why Article 7 is much more relevant in the Polish situation than in the Hungarian situation. Thank you. Now we have a little bit of a problem and have a lot of problems and have made the different perspectives and now we try to build everything together. And for that we have Annalena here. She will now explain, Ja, Probleme hin oder her, aber dieses Dreieck ist da und die Europäische Union und die europäische Zukunft ist da und wir müssen damit optimistisch umgehen. Wo gibt es Projekte, wo wir trotz dieser schwierigen Situation jetzt vorankommen könnten? Auf verschiedenen Ebenen meiner Meinung nach. Also zum einen, das ist die Europäische Union der Bürgerinnen und Bürger von Europas und das dürfen wir aus meiner Sicht nie vergessen. Das ist zum einen die Unionsbürgerschaft und zum anderen ist es aber das, was vor Ort wirklich das Leben ausmacht. Und deswegen ist die Frage vom Weimarer Dreieck nicht nur anzusiedeln, ob sich die Staats- und Regierungschefs treffen oder ob sich die Parlamentarier treffen und die treffen sich auch in ganz unterschiedlichen Themenfeldern, sondern vor allen Dingen ist es gerade in solchen Zeiten umso wichtiger, dass sich Städte und Kommunen treffen, dass sich Vereine treffen und das war aus meiner Sicht auch eins, einer der Fehler und das muss man auch selbstkritisch sagen, gerade auch als eine Partei, die bei der Frage Osterweiterung gesagt hat, ja das ist was, was wir mit Leidenschaft und Werbe zusammenbringen, dass man bei der europäischen Einigung mit Blick auf die Staaten, die ganz am Anfang zusammengefunden hat, ganz automatisch Städtepartnerschaften, Jugendaustausche gemacht, gerade zwischen Deutschland und Frankreich und dass man das mit Blick auf Osteuropa eben in dieser Intensität nicht getan hat, das war aus meiner Sicht wirklich ein Fehler. Es ist aber nie zu spät, das auch anzugehen, deswegen sind viele Fragen auch im Austausch zum Beispiel vor Ort bei uns in Deutschland an den Regionengrenzen polnisch Unterricht in Schulen mit anzubieten, dass das ein Automatismus ist, der an der deutsch-französischen Grenze ganz klar ist, da gibt es deutsch-französische Gymnasien, wo Kinder gemeinsam hingehen. Das ist dann die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen vor Ort und dann geht es aber natürlich auch alle Ebenen weiter hoch. Das ist auch mit Blick auf Polen was, was mir total wichtig ist. Die Vereinschaften sind ja auch ganz unterschiedlich, auch politisch unterschiedlich geprägt, dass man nicht automatisch sagt, weil wir mit der Regierung jetzt so nicht zusammenarbeiten können, ist komplett Polen eine Region, wo wir keine Zusammenarbeit mehr voranbringen. Als Breslau zum Beispiel europäische Kulturhauptstadt war, einen Sonderzug zu haben, einen IC, der aus Deutschland nach Breslau fährt, Menschen auf dieser Ebene zusammenzubringen, das ist essentiell. Und dann sind es aber natürlich auch die europäischen gemeinsamen Projekte, wo man vorangehen muss. Und da ist genau der Punkt zu sagen, ja, wir haben uns vielleicht vor 15 Jahren gewünscht, gemeinsam stark als Europäische Union voranzugehen, alle mitzunehmende europäische Verfassung zu schreiben. Und jetzt ist die Situation anders. Das bedeutet aber nicht, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern dann auch zu sagen, bei den Projekten, wo wir gemeinsam agieren können, über verstärkte Zusammenarbeit zum Beispiel, dann müssen wir diese Instrumente nutzen. Und das ist ja auch nicht so, dass es dann nur, da geht es in der Debatte ja ganz oft dann durcheinander, dann sagen, dann haben wir ein Kerneuropa. Weil Kerneuropa ist was komplett anderes als verstärkte Zusammenarbeit. Verstärkte Zusammenarbeit bedeutet, in Politikprojekten zusammenzuarbeiten, die bei unterschiedlichen Staaten wichtig sind. Und da ist für mich die eine Frage wirklich die Wirtschafts- und Währungsunion. Weil das ist was, wo man gerade im Euro-Raum sagt, wir müssen hier gemeinsam zu rankommen. Das sind Zukunftsinvestitionen in gemeinsame Infrastruktur in europäische Netze. Sei es die Frage Breitband, aber auch Schienennetze und auch Energienetze. Und das ist aber vor allen Dingen auch der Bereich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und da finde ich es total wichtig, wenn wir sagen, wir sind eine Werteunion. Europa ist ein Friedensprojekt. Dann können wir nicht bei jedem Beitritt sagen, Kopenhagener Kriterien, 35 Kapitel, muss man alles durchgehen, Hunderttausende von Gesetzen muss man ändern und danach ist es dann erledigt. Sondern dann muss man im Zuge jetzt von Rechtsstaatlichkeit, nicht nur Artikel 7, sondern das haben wir mit Franziska auch gemeinsam als Grüne erarbeitet, zu sagen, wir brauchen ein neues Instrument von Rechtsstaatlichkeit. Und das bedeutet zum Beispiel, ähnlich wie mit Blick auf den Europarat und die Helsinki-Kommission, dass man eine Kommission schafft, wo nationale Experten mit drin sind, für Demokratie, für Menschenrechte, die in solchen Situationen Mitempfehlungen aussprechen. Und dann auch nicht zu sagen, und dann reicht mal alle Mittel und die Länder bekommen dann nichts mehr, weil das würde ja gerade die anti-europäischen Kräfte stärken, sondern dann sagt man, dann schaut man auf die Regionen, auf die Projekte, die europäisch an den Werten weiterarbeiten und die unterstützt man vor Ort. Weil es kann nicht sein, dass wir, weil die europäischen Regierungen in manchen Punkten Rechtsstaatlichkeit brechen oder eben den gemeinsamen europäischen Geist nicht gemeinsam tragen, dass wir dann die Menschen in Europa dafür stärken. Wir müssen immer wieder denjenigen, die in Warschau oder auch in Spanien oder auch wo sonst immer auf die Straße gehen, für die Rechte Europas, denjenigen müssen wir immer wieder auch den Rücken stärken vor Ort. Frau Botschafterin, jetzt zurück zu Ihnen. Wir wissen doch, was auch diese Regierung an Europa schätzt. Unter anderem und vor allem natürlich die Sicherheits- und außenpolitische Zusagen oder Solidarität. Wie können wir das nutzen? Was wäre die jetzige Regierung bereit, dafür zu geben, dass wir zum Beispiel an dieser Stelle eine Vertiefung mehr Solidarität zeigen? Wir sind zwar nicht auf dem Bazar, aber trotzdem ist das doch ein realpolitisches Feld. Warum ist es nicht möglich, der polnischen Regierung etwas anzubieten? Auch bei der Frage der Flüchtlinge wäre es aus meiner Sicht möglich gewesen, etwas anzubieten, um sie zu motivieren und zu sagen, okay, wir müssen auch Zugeständnisse machen. Ist das die ideologische Verbohrtheit oder ist das einfach ein Mangel an einem konkreten Angebot, was aus Berlin oder aus Paris kommen soll und nicht kommt? Ja, das ist nicht nur die Position der Polnischen Regierung, aber das ist nicht möglich, aber das ist von Polnischen Mitgliedstaaten, und sogar von der Opposition. Die Sicherheit und die Werteidigung der Werteidigung ist ein sehr wichtiges und sehr wichtiges Elemente der Europäische Mitgliedschaft und Europäische Werteidigung. Und natürlich der wichtigste Weg ist die EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-U-Russia. Poland, die Previews-Polische Regierung und dieser Regierung, ist sehr viel in favorhe der Continuierung der Sanktionen gegen Russland, ist sehr viel in favorhe der toughen und decisiveen Politik gegen Russland. Und gleichzeitig, die größte Sicherheit in Poland und die Polish-Polische Sicherheit in Polnisch ist meistens links zu unseren Beziehungen mit den USA und unseren Mitgliedern in NATO. I know that Trump is not the most liked and the most popular US president in Germany, and I understand what are the reasons of this skepticism, which is a diplomatische Formulierung. It is diplomatic, but what I actually wanted to say is, yes, most people in Poland are also quite skeptical about Trump, but at the same time we understand that EU has effective and very, I would say, important policy with regard to Russia, but the EU still has not, does not have potential to replace the US in the military perspective. And therefore, we don't like Trump, but we need the US, and we believe that after Trump, there will be another US president, hopefully more constructive, more predictable, more pro-European. And we are very careful in Poland, and here it's one of these very few issues when I can say we, on behalf of this first and of this second Poland, we need a transatlantic alliance, and we think that it would be quite irresponsible, not only for Poland, but for the EU, for the EU in general, to give up on this alliance. So we have to be, we have to stay together, we have to speak, if possible, with one voice, in our relations with the US, but at the same time, we should still patiently and persistently invest in the transatlantic alliance, as this is the, one of the cornerstones of the military security of, not only of the Eastern Europe, the states which borders Russia or borders Belarus or Ukraine, but I think this is important also for Germany and for the whole European Union. And as for migration, I'm afraid I will have to disappoint you as this is not as, this is not perceived as a solidarity issue in Poland. This is perceived as a purely domestic thing. The majority of Poles, unfortunately, are very much and definitely against the migration, not all migration, but migration from Northern Africa, from Middle East. We have lots of labor migrants from Ukraine, and this works perfectly well in Poland. But unfortunately, the majority of Poles, and this is really like 80, 90% of Poles, are against the migration. And I can hardly imagine a government who could pursue different, or who would like to pursue different policy on this issue. The government, 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 the government In Frankreich, ich nehme an, dass Präsident Macron, dass Herrn Trump auch beim Essen auf dem Eiffelturm gesagt hat, dass weiterhin transatlantische Beziehungen wichtig sind. Sie wollten das bestätigen, nehme ich an. Aber was konkret bedeutet es für Sie, nicht nur, also wir wissen, was sozusagen jetzt die Strategie gegenüber Deutschland ist, die ausgestreckte Hand. Wir wissen aber nicht, was die Strategie von Frankreich gegenüber Polen ist oder gegenüber Visegrad-Länder ist. Wissen wir es nicht, weil wir uns nicht darum kümmern oder gibt es diese Strategie nicht? Wie fangen wir diese Länder ein aus der Perspektive von Paris? Es gibt auf jeden Fall eine Perspektive, in der wir sagen, wir müssen auf jeden Fall mit allen Mitgliedstaaten im Dialog bleiben. Und auch wie Sie das vorhin sagten, nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern auch auf Bürgerebene so viele Initiativen wie möglich ins Leben rufen. Aber ich denke, es ist heute auch Zeit für Europa in irgendeiner Weise erwachsen zu werden. Die NATO wird auch von Frankreich nicht infrage gestellt, sondern komplementär gesehen. Aber irgendwie, wenn wir von Souveränität sprechen und auch Polen spricht ja sehr oft von Souveränität, das ist ein wichtiger Punkt. Aber können wir heute als einzelne Mitgliedstaaten unsere eigene Souveränität eigentlich noch so gewährleisten? Ich glaube, da gibt es doch eine Ebene, eben die europäische Ebene, die da viel effizienter handeln könnte. Aber natürlich stecken wir noch in den Kinderschuhen, was die Verteidigungspolitik angeht. Aber irgendwo kann man ja auch nicht nur damit rechnen, dass jetzt irgendwann eine andere Regierung in den USA auftritt, sondern wir müssen uns ja auch mit eigenen Mitteln jetzt mal auch selber helfen, dass das schwierig ist. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Richtungen, gerade was die Verteidigungspolitik angeht. Da geht es ja an den Kern der staatlichen Souveränität, dass das schwierig ist. Das ist auch für Frankreich schwierig, aber Frankreich sagt heute, die richtige Ebene ist die europäische Ebene. Also zwei Prozent mehr im Verteidigungsetat in Deutschland, damit wir zu diesem neuen europäischen Verteidigungsprojekt beitragen können? Nein, weil das wäre genau das Gegenteil von einer stärkeren gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn wir über eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik reden, dann ist aus meiner Sicht das Entscheidende, dass wir wegkommen von den nationalen militärischen Ausgaben und auch von den nationalen militärischen Strategien, sondern wir brauchen eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Und deswegen Pooling und Sharing war der erste Ansatz dafür. Und das müssen wir jetzt weiterentwickeln. Statt 27 einzelner Beschaffungsmaßnahmen muss das europäisch gebündelt und gepoolt werden. Und das würde dann auch bedeuten, das auf europäischer Ebene gemeinsam anzugehen. Ich würde nur gerne noch eins ein bisschen mit Blick auf Osteuropa ergänzen. Gerade Deutschland steht hier in der besonderen Verantwortung. Und das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Und das ist auch was, wo wir in der Zusammenarbeit, deutsch-französischen Zusammenarbeit, als Deutsche ein besonderes Augenmerk drauf haben. Die deutsche Wiedervereinigung war nur möglich mit Blick auf das gemeinsame Europa. Und die Osterweiterung ist zentral und identitär für das ganze europäische Projekt und insbesondere für uns. Und ich glaube, da war es auch schon entscheidend, wenn man an Helmut Kohl denkt, der bei der ganzen Frage auch Euro und solchen Projekten immer wieder, nicht öffentlich, aber im kleinen Kreis gesagt hat. Und im Zweifel, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann steht Deutschland hinter den kleinen Staaten. Und das ist was, was total wichtig ist, weil es ja nicht nur um unterschiedliche Vorstellungen in der gemeinsamen Flüchtlingspolitik oder so geht, sondern es geht auch immer wieder darum, fühlen sich alle mitgenommen. Und da müssen wir gerade mit Blick auf die kleineren Staaten und die osteuropäischen Staaten wirklich sagen, das muss man im Blick haben. Und deswegen sind wir zum Beispiel auch bei der Frage Verstärkung der Eurozone oder Eurozonenparlament als Grüne wirklich nicht nur skeptisch, sondern sagen, wir müssen aufpassen, dass das nicht ein Club nur von den einzelnen westeuropäischen Ländern wird, sondern offen ist, gerade auch für die Osteuropäer. Und da müssen wir auch gucken, es gibt auch unterschiedliche. Slowenien zum Beispiel spielt ja auch nochmal eine ganz andere Rolle, auch die baltischen Staaten und das ist entscheidend. Oder so ein anderes Projekt wie Nord Stream 2 zum Beispiel. Also als Grüne sage ich, zum einen läuft das den Klimazielen total zuwider. Es ist nicht das, wenn wir über eine Diversifizierung von unseren Energiequellen reden. Wir wollen uns unabhängig machen von Importen aus dem Ausland. Viele Gründe, warum das nicht geht. Aber ein entscheidender Punkt und das Fatale aus meiner Sicht ist auch zu sagen, wenn gerade die osteuropäischen Länder sagen, das ist für uns auch eine Pipeline, die unsere Identität, die unsere Souveränität in Frage stellt, dann wie so ein Elefant im Porzellanladen zu agieren und aus deutscher Sicht zu sagen, das ist uns aber egal, das ist ein deutsch-russisches Projekt, was wir weiter voranbringen. Das ist fatal und das gefährdet auch den Zusammenhalt in der Europäischen Union. Eine klare Ansage von Annalena Baerbock von Bündnis 90 Die Grünen. Und damit an Sie, liebe Gäste im Publikum. Genau, ich sehe jetzt schon die ersten Meldungen. Wer hat die Mikros und trägt sie rum? So, ich würde vorschlagen, dass wir hier diesmal auf dieser Seite anfangen. Die beiden Herren, genau, einmal. Ja, okay, dann fangen wir hier an und dann da hinten. Wenn Sie sich kurz vorstellen könnten, wäre es super. Arnaud Le Chevalier aus der Universität Paris 1 Pantheon Sorbonne. Ich habe eine Frage an Annalena, und zwar, vor der Wahl in Paris, in Frankreich, war Emmanuel Macron als der Retter betrachtet und richtigerweise, weil es gab eine große Gefahr mit der möglichen Wahl von Marine Le Pen. Wir haben am Elisepalas dieses Mal einen überzeugten Europäer und es ist eine Rarität in der Geschichte. Er hat viele Vorschläge verbreitet, insbesondere was die Reform der Währungsunion anbelangt, weil die heutige institutionelle Konfiguration ist nicht, auf jeden Fall ist die Währungsunion nicht nachhaltig. Und seitdem ist es erst in Deutschland, oder zumindest in der deutschen Regierung, entweder Schweigen oder Zurückhaltung. Und meine Frage ist, welches sind die Gründe dafür? Hat es mit Wahltaktik zu tun oder Wahlstrategie zu tun, das heißt, mit der AfD oder auch mit der Wählerschaft der SPD? Gut. Ja, da darf ich nur zwei Sätze sagen. Ja. Es hat mit einem neuen Neosouveränismus in Deutschland zu tun. Sagen Sie, seit dem Mauerfall ist Deutschland ein normales europäisches Land geworden. Oder hat es mit der Prägung der neoliberalen Ideologie bei den deutschen Eliten zu tun? Wunderbar. Und die Antwort auf diese Frage kann auch eine Opportunität sein, ein paar Ratschläge zu Frau Thiele zu geben. Sehr gut. Danke für diese Einladung, uns gegenseitig zu beraten. Ja, guten Abend. Schön, euch zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Annalena. Ein bisschen lauter. Ah, so? So, okay. Mein Name ist Oliver Münchhoff. Ich bin, du bist meine Bundesvorsitzende, wenn ich das sagen darf. Ich bin bei Bündnis 90 den Grünen und dort in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen. Ich habe eine Frage an Frau Thierry, ist das richtig ausgesprochen, und an dich, Annalena. Ich denke, Europa ist größer geworden und Annalena, du hast es festgestellt und ich bin ganz bei dir, wenn du sagst, dass es ein identitäres Projekt sei, insbesondere die osteuropäischen Staaten einzubinden. Das hat aber auch zur Folge, dass natürlich die Achse Deutschland oder Paris-Berlin, nenne ich sie mal, alleine nicht mehr dieses Gewicht haben kann, ich behaupte, haben darf, wie vor der Osterweiterung. Meine Frage doppelt. Erstens, wie können diese beiden großen Staaten die Einbindung vollziehen? Du hast es Eurozone-Parlament benannt. Zweitens, wie kommt die deutsche Bundesregierung und wir in Deutschland und die Bevölkerung in Deutschland davon runter, diesen sogenannten surplus-fetischismus, wenn ich Macrons Wort übernehmen darf, auch an die Bevölkerung weiterzugeben und Richtung Frankreich ganz kurz und dann bin ich fertig. Wie schaffen wir es von der Fixierung, ich sag mal, Europa first wegzukommen? Gerade gegenüber Afrika, danke. Danke. Bitte hier Franziska Brandner in der ersten Reihe. Ich ehrlich gesagt habe mich gerade diese Debatte, so ist es Deutschland-Frankreich versus den Rest oder es ist doch ganz klar, dass es immer die Beschwerde gibt, entweder es gibt zu viel deutsch-französisch oder zu wenig. Also als die letzten Jahre es gar nichts deutsch-französisches gab, haben alle gesagt, jetzt tut euch endlich mal zusammen, macht was, sonst kommt Europa gar nicht voran. Dann gibt es Bemühungen, deutsch-französisch mal wieder voranzukommen, dann heißt es sofort, aber macht bloß nicht zu viel. Und ich glaube, das ist genau dieses Gleichgewicht, was man finden muss. Wir wissen, dass in der Eurozone es ohne eine deutsch-französische Einigung überhaupt nicht vorankommt. Und man muss doch, also de facto sind diese Hansel-Staaten eher deutschlandnah und dann kann man in Anführungsstrichen, ja, die in Acht und dann gibt es andere. Und das alles klug zusammenzubinden, wird danach der große Aufgabe sein. Aber wenn wir nicht diese Blockade zwischen Deutschland und Frankreich aufbrechen, seit Jahren, die da besteht, dann kommen wir erst recht nicht voran. Und keiner will es exklusiv machen. Aber die Verantwortung, da Antworten zu finden, die darf man sozusagen, da darf man sich nicht wegducken. Und das hilft dann auch nicht, wenn man sagt, Polen kommt natürlich noch dazu. Klar, Polen kann ja gerne in Euro. Also das haben Sie ja selber gesagt. Sehr schön, es beschwert sich drüber, aber macht auch nichts, um mit dazuzukommen. Und ich glaube, diese Balance zu finden, die müssen wir selber hochhalten, auch als Grüne. Und Scholz hat ja heute in der Zeit gesagt, ich mache das übrigens nicht deutsch-französisch, damit ich die restlichen Europäer nicht vergrätze. Warum hat der Teufel seine Großmutter erschlagen? Weil er keine Ausrede mehr wusste. Ja, also ich finde es mittlerweile, und Merkel hat es in der Sitzung im Bundestag auch gemacht, jetzt müssen wir uns entscheiden, Eurozone oder Europa. Das ist mittlerweile eine Strategie, das gegenseitig auseinander zu dividieren und gegeneinander auszuspielen, wo ich sage, das führt nur dazu, dass wir gar nicht vorankommen. Und dieses Keilen reintreiben lassen, da sind wir eindeutig dagegen. Es muss zusammengehen und es geht auch. Die Frage der Wahrnehmung von Macron und seiner Politik, auch durch sogenannte progressive oder real progressive Parteien in Europa, zum Beispiel in Deutschland, das, was gesagt wurde, ist das auch ein Problem, womit wir zu kämpfen haben? Welche Ratschläge würdest du, Annalena, unseren französischen Kolleginnen geben? So habe ich die Frage verstanden. Damit diese Strahlkraft sich nicht abnutzt durch, wenn ich das richtig verstehe, vielleicht nicht perfekte Politiken, die jetzt durchgesetzt werden, sage ich mal diplomatisch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in die Ratschläge an Frankreich geben sollte, weil jetzt hatte ich nicht so die Frage verstanden. Ich glaube, das Wichtige ist, dass es kein Schwarz-Weiß gibt, sondern dass es natürlich ganz differenzierte Antworten braucht. Und dass es aber auf der anderen Seite eine pro-europäische Leidenschaft braucht. Weil wer stellt sich hinter Projekte, wenn man denkt, diejenigen, die diese Projekte vorantreiben wollen, die haben entweder keine Lust oder keine Leidenschaft dafür oder sagen, es ist eh alles viel zu kompliziert, deswegen machen wir das nicht mit. Deswegen, man braucht für alles, wo man vorangeht, natürlich Leidenschaft, Mut und eine gewisse Dynamik, die andere Leute mitreißt. Und das ist das, was ja auch in Deutschland bei ganz vielen Menschen wirklich dieser Blick nach Frankreich ist, wo man sagt, Mensch, da ist einer, der stellt sich hin und sagt, ich kämpfe aus Überzeugung für ein gemeinsames Europa und für diese gemeinsame Idee. Und das ist das, was es hier leider gefehlt hat und wo wir auch endlich diesen Impuls brauchen. Sonst werden wir da nicht vorankommen. Und deswegen glaube ich auch, der deutsch-französische Motor ist hier entscheidend, weil wenn niemand vorangeht, dann kann auch niemand hinterherkommen. Das ist total klar. Man muss aber halt dann schauen, dass man auch wirklich alle die, selbst wenn sie ein bisschen später dazu kommen, dass diese Türen immer offen stehen und dass man kein Closed Shop ist, sondern dass man sagt, das ist ein Projekt, was man gemeinsam immer wieder mit vorantreibt. Und da, glaube ich, ist es entscheidend, dass es nicht eine Rollenteilung gibt, okay, und dann kümmern sich die einen um die Osteuropäer und die anderen um die, sondern dass es was ist, wo man auch natürlich in Osteuropa Kräfte hat, die auch dieses progressive Projekt vorantreiben müssen und wo wir als Deutsche und als Franzosen gemeinsam dran arbeiten müssen. Dann war die Frage, die... Moment, aber ich habe eine Nachfrage. Wird dieses Elan, diese pro-europäische Überzeugung nicht, gerät das nicht in Misskredit durch diese sehr marktliberale Reformen, die für uns vielleicht für deutsche Verhältnisse gar nicht so marktliberal wären, aber das macht nichts. Es entsteht der Eindruck, dass das europäische Projekt zu einem marktliberalen Projekt wieder mal reduziert wird. Und das ist etwas, was vielen Leuten, gerade links der Mitte... Da muss ich wieder... Ja, können Sie auch gleich, können Sie auch gleich. Aber erstmal vielleicht nochmal an Annalena. Wie geht eine grüne Partei in Deutschland damit um? Dass es innenpolitisch ganz anders aussieht als europapolitisch. Also das war jetzt der zweite Punkt, das war jetzt Stichwort neoliberale Ideologie. Und dann war es aber deutscher Eliten. Das teile ich nicht, weil so wenig es die Franzosen gibt, gibt es die Deutschen. Ich als grüne Politikerin streite vor allen Dingen auch für ein soziales Europa, weil das Soziale ist doch der Kitt, der unsere Gesellschaft und auch unser Soziales zusammenhält. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir bei der Frage gemeinsame Zukunft Europas immer auch die Frage des sozialen Mitdenkens. Wir wissen auch, das ist auf europäischer Ebene ein bisschen schwieriger, weil die Kompetenzen da nicht so übertragen sind. Aber es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo wir bei sozialen Mindeststandards, bei Arbeitnehmerrechten Europa wirklich vorangegangen ist. Was aber ein Problem ist, und das würde ich auch sagen mit Blick auf Frankreich und Macron, das ist ja auch kein grüner Politiker, sondern das ist eine andere Partei. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja auch sagen, bei anderen Bewegungen, aber als Parteien in einem Parlament vertreten, zu sagen, ich finde das eine gut und das andere finde ich nicht so gut. Deswegen muss ich nicht zu sagen, der proeuropäische Kurs, der gefällt mir nicht. Dieser progressive proeuropäische Kurs ist das, was wir auch brauchen. Aber ich sage genauso gut, brauchen wir ein soziales Projekt Europa, wo wir gemeinsam rangehen. Weil aus meiner Wahrnehmung, wenn wir mal zurückschauen mit Verfassungsreferendum, zum Beispiel die Bolkensteinrichtlinie, das eine Maßnahme war, die Europa auch das Genick mitgebrochen hat, weil eben das soziale und vor allem das kommunale vor Ort, die Daseinsvorsorge, vollkommen aus dem Blick geraten ist. Und da müssen wir ran, diesen sozialen Zusammenhalt und vor allen Dingen die europäische große Frage und Denke zusammenzubringen mit starken Kommunen. Und ich glaube, das ist das Projekt, wo wir jetzt im 21. Jahrhundert gemeinsam dran arbeiten, damit wir alle in Europa auch gemeinsam mitnehmen. Da sind wir uns, das klappt nicht mehr? Doch, das wird jetzt gleich eingeschaut. Da sind wir uns auch völlig einig. Aber ich glaube, Deutschland hat gar nicht so richtig verstanden, was eigentlich in Frankreich letztes Jahr passiert ist. Klären Sie uns auf. Und man möchte uns immer in irgendeine Kategorie drängen. Und da ist etwas passiert, was man in Deutschland eigentlich gar nicht verstehen kann. Denn seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es in Deutschland nur Konsensregierungen, während es in Frankreich immer nur rechts und links gegeben hat. Und die ideologischen Gräben so tief waren, dass manche Leute, mit denen ich heute im Dialog bin, in Frankreich, mir vor zehn Jahren die Hand nicht gegeben hätten. Weil ich zum Beispiel im Unternehmerverband war und ein Gewerkschafter war. Das kann man sich hier gar nicht so vorstellen. Und ich meine, Deutschland und Frankreich haben... Wir haben Jamaika verhandelt. Ja, ja gut. Aber das ist jetzt das erste Mal. Das ist das erste Mal, dass hier eine Bewegung aufgetreten ist, die sagt, wir müssen jetzt in den Dialog kommen zwischen verschiedenen Richtungen und wir machen hier was ganz Neues. Und die soziale Komponente ist durchaus unheimlich wichtig. In Frankreich im Moment, en même temps, gleichzeitig. Wie Sie eben schon sagten, es gibt nicht schwarz und weiß, es gibt ganz viele Grautöne. Und da muss man eben sehen, wie man da zusammenkommt. Und da haben wir eins gemeinsam zwischen Franzosen und Deutschen. Es gibt gerade eine Umfrage für Franzosen und Deutsche. Es ist gerade die Sozialkomponente fast mit das Wichtigste in der Politik. Nur, wie gesagt, es ist keine europäische Kompetenz. Und da müssen wir natürlich erst mal sehen, dass wir als deutsch-französischer Motor da einen Impuls geben können. Wir reden ja auch schon gerade darüber. Können wir eventuell unsere Körperschaftssteuern irgendwie harmonisieren? Wie kommen wir im sozialen Bereich dann auch weiter gerade in unseren Grenzregionen und so weiter? Was man dann auch weiter auf andere übertragen kann? Und das ist wirklich ein Abenteuer, was da gerade in Frankreich passiert. Aber Sie verstehen die Herausforderung für eine grüne Partei, die zum Beispiel einen pro-europäischen französischen Präsidenten erst mal hoch gehalten hat. Und jetzt kommt er und zum Beispiel öffentlichen Nah- und Fernverkehr de facto jetzt durch die Reformen. Ja, Moment mal, er kommt aber auch mit was anderem. Wenn ich jetzt mal von den technischen Details runtergehen darf. Emmanuel Macron und En Marche, wir sind die einzigen gewesen, die jetzt mal gesagt haben, wir müssen die Bürger mitnehmen. Welche andere Bewegung in ganz Europa hat gesagt, machen wir Bürgerbefragungen? Und diese Bürgerbefragungen werden zum ersten Mal in allen 27 Mitgliedstaaten durchgeführt. Unsere Europaministerin, die fährt gerade durch alle Länder, sie ist gerade in Prag und hat es da eingeleitet. Ich hoffe, auch die Grünen machen dabei mit. Es ist eine parteienübergreifende Aktion. Es gibt einen Fragenkatalog, der ist von 100 Bürgern aus verschiedenen europäischen Ländern vor ein paar Wochen erstellt worden, dieser Fragenkatalog. Und zum ersten Mal befragen wir fast 500 Millionen Unionsbürger. Und ich hoffe, auch Sie werden diesen Fragebogen ausfüllen. Wo sollen die Prioritäten liegen? Was wollen wir gemeinsam machen? Was wollen wir nicht machen? Und wir müssen uns auch endlich mal die Frage stellen, sind wir Konkurrenten oder sind wir eine Schicksalsgemeinschaft? Und da gehören alle dazu. Okay, gut. Danke für die Erklärung und die Aufklärung. Eine kurze Frage an unseren französischen Gast, weil das ja angeklungen... Polnischen. Ja, Entschuldigung. An unseren polnischen Gast. Es gibt noch Fragen, die kommen noch, die kommen noch, die kommen noch. Aber erst mal hier, weil das angeklungen ist, diese Angst, dass durch diesen deutsch-französischen Motto eben Osteuropa auf der Strecke bleiben wird. Und ich möchte gerne fragen, nicht die Regierung, nicht dieses Polen von der PiS-Regierung, sondern die anderen, die 80 Prozent, die proeuropäisch ist. Haben Sie Angst vor diesem deutsch-französischen Motor, dass dieser deutsch-französische Bulldozer-Traktor sie überfährt, als sozusagen proeuropäer in Polen? Wenn ich anfangen möchte, mit einem kurzen Kommentar auf diese soziale Europäische Frage. Ein bisschen lauter. Ich glaube, dass wir eine komplett andere Perspektive in Polen haben. Und das Wohlfalt-State und die soziale Politik ist einer der wichtigsten Probleme in der Polish-Domestik-Polizei. Aber im Moment, wir alle wissen, dass die EU auch über die Kompetitionen ist. A Part von Values, von der Demokratie und all diese sehr wichtigsten Dinge. Das ist auch über die fair Kompetition. Und jeder Mitglied der Staten hat seine eigenen Ressourcen und Weakungen. So, wir in Polen haben nicht viel finanziert zu investieren. Wir haben nicht viele innovative Technologien. Aber wir haben eine well-qualifte, relativt cheape Arbeit. Und deshalb haben wir diesen Moment auf die booze Wohlfalt-State nicht gewohnt. Wir können die Gewöhnung in der Aufwand zu können. Wir können den höchsten Aus 대통령en, das ist eine sehr Cuider-Emport. Denn wir können die lassen unsere Kooperation nicht zu sehen. in der Europäischen Union. So, this is different, but a very important perspective in Poland. And that's why I think that apart from very far left-wing parties, which are not represented in the Parliament, most political parties in Poland prefer to solve these social issues on national and not on the European level. And the question whether you are also a bit afraid of the German... Are we, or am I afraid of this very close German-French cooperation? I would say that probably Poland is not the only member state who could be afraid of, you know, German-French motor, if it is understood as, you know, the major decision-making format in the EU. So, the most important things are decided between Germany and France, and are, and then the other member states are supposed to digest this, digest it or accept it. And if, if, I'm not saying that this is what France or Germany understand under this, and how Germany and France view this cooperation, but this is what some people in Poland and some even experts in the member states are afraid of. And if this cooperation is more about visionary leadership, is about consulting the new ideas with all the member states, I think we should be perfectly fine with that. Moreover, I believe that we should not be afraid of so-called multispeed Europe. If, if it is a positive project, if it is a way of, I mean, if, if it is a way of moving ahead with a view to the member states, rejoin the core eventually. But it should not be a negative choice, a way of casting aside those that have come to be seen as an obstacle to progress. Then it would be very dangerous, not only for Poland, but it would create divisions from which the EU might not recover. want to think of it Aber was mir immer so auffällt, auch in den Gesprächen, was ich immer sehr erstaunlich finde seit zehn Monaten, irgendwo hat man immer das Gefühl, diese europäische Ebene ist diese schlechte Ebene. Also alles, was schief läuft, wird sozusagen europäanisiert. Und alles, was gut läuft, das wird den Nationalstaaten zugute geschrieben. Also ich finde, das ist auch ein ziemlich merkwürdiger Blickwinkel. Aber darf ich da mal ganz kurz anknüpfen? Weil da müssen wir doch mal ein bisschen Widerspruch mit reinbringen. Weil das Beispiel, was Sie eben gebracht haben, durch En Marche, ist zum ersten Mal, dass es jetzt auf der europäischen Ebene Bürger befragt werden und die Menschen mitgenommen haben. Und vorher hat es das nie gegeben. So ist es ja nun auch nicht. Wir haben als Grüne leidenschaftlich, aber auch mit anderen Parteien und mit vielen Bürgerbewegungen, weil Bürgerbewegungen für Europa, das hat es die ganze Zeit gegeben, die Bürgerinnen und Bürger haben das getragen, zum Beispiel die Europäische Bürgerinitiative mitentwickelt, wo man gemeinsam gesagt hat, die Menschen müssen darüber entscheiden können, was ist auf europäischer Ebene, wie bringen wir das voran. Das ist noch nicht perfekt, das müssen wir weiterentwickeln. Aber das ist so ein Punkt. So, jetzt macht man es als Bewegung und jetzt alles andere war vorher nicht da. Nein, nein, nicht als Bewegung. Genau das ist das Fatale. Die Staats- und Regierungschefs machen das das erste Mal. Wir haben es gemeinsam geschaffen. Die Staats- und Regierungschefs und im Dezember wird das alle vorher sich auch eingesetzt haben. Klar, als Bürger schon, aber das ist das erste Mal, dass die Staats- und Regierungschefs das machen und dass das im Rat vorgestellt und verabschiedet wird. Und dass man danach sieht, vielleicht kommt es auch zu einer Vertragsänderung. Warum nicht? Das ist alles offen. Wenn unsere Bürger sagen, wir möchten eher dies, das oder jenes. Und das haben wir noch nie gemacht. Auch die Europäische Kommission macht ja dauernd Befragungen oder wie heißt es noch, Umfragen, Bürgerbefragungen und so etwas. Ich habe nie gesagt, dass es das nicht gibt. Aber das erste Mal ist es auf dieser offiziellen Ebene. Okay, jetzt machen wir weiter mit unserer Befragung und zurück zu den Bürgern in diesem Saal. In der zweiten Reihe hier. Jetzt sind wir mal, wir waren schon mal dran. Deswegen gucken wir erst. Ja, 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 klar. Aber erst mal schauen wir. Hello, I'm Sergio Allegri from the Green Foundation in Catalonia. But don't worry, I will not talk about Catalonia. Don't worry. We need two dates of event. So it's better not to talk about that. No, I just want to comment. I totally agree with Sabine. I'm a historian myself. So I think we have to underline, and from the historical point of view, what we are doing is not great. It's more than great. We are doing something that no one has done it. Who is we? We the Europeans. We the Europeans. Not the great, but us too. But we the Europeans, we are doing something no one has done it. Because at the end of the day, it's a question of power. And I go then to the words of Joska Fischer. We can be happy. I'm happy. I'm an optimist. Even if it's very slow, because as it has happened to now, sooner or later, the governments will leave more power to Europe. But I think we have not to be happy about that. Because we have to, we want to spit out the process. We the Greens. But in that, I think we have to be quite out of critics. First, because we don't put heart. And you don't love something that there is not heart there. And it's not a question of the Germans. Someone says, no, we are the Germans. No, we are the Greens, especially the Greens. We never talk about the positive things of what is going on, and even what we do. I am vice mayor of the city of Prat. This is where you have landed. This is the airport there. So you have landed when you go to see Barca or to have beers in the Ramblas. So welcome, by the way. Anyway, but in that, I put it so connected with that is, if the states don't want to give power, we need the citizens to push the states. But to push, to put the citizens, to push the states, to push the parties, again, the right party and the social democratic parties in Europe, we have to put more concrete things. Because let's talk clear. What is Europe for the taxi driver? What is Europe for my mother? You are in the car, and you see there, or you see a park, and you see a sign, and there, one million euro, and there is a small flag. So we have to put in our programs, we have to think in programs where there are concrete aspects that people get directly. It's not by chance, it's the passion, someone mentioned before, but Erasmus is popular because it's directly, you get the money, you get the letter directly from Brussels. You don't need the states in the middle. So we have to look for things like that, that if someone says, let's go out of Europe, are you crazy? We are going to lose this, this, and this, this? No way. Sorry. Thank you. Thank you. This is specific and clear. Die Dame da in der dritten, ja, genau. Wir brauchen ein Mikro, ganz, ganz kleinen Augenblick. Das Mikro kommt. Renate von Kries, ich bin interessiert in Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Und da ist der dritte Punkt. Wir müssen aber ins Mikro sprechen. Sorry. Wir sollten die europapolitischen Prioritäten der deutschen Bundesregierung legen. Wo? Meines Erachtens darin, dass wir dafür sorgen, dass Macron Präsident der Franzosen bleibt. Und nicht, weil er so wenig Erfolg hat mit den Deutschen, schließlich abgewählt wird und Marine Le Pen die Regierung übernimmt. Und dann kann man Europa möglicherweise abschreiben, weil es dann mit nur Deutschland und noch ein paar nordischen Staaten eigentlich nicht mehr geht. Das zweite war die zwei Prozent bei den Militärausgaben. Zurzeit ist es so, dass Russland wesentlich weniger für sein Militär ausgibt als die EU. Und das liegt daran, dass jedes Land seine eigenen Sachen produziert und es damit teurer wird. Wenn man sich endlich möglichst schnell darauf einigen könnte, dass jedes Land etwas produziert, was sowieso produziert und das verteilt wird, dann sinken die Kosten ganz erheblich und es sind nicht mehr zwei Prozent. Alles klar. Danke. Und Hanna Neumann noch in der ersten Reihe, damit wir die Damen hier auch auf ihre Kosten kommen lassen. Hallo. Hanna Neumann von den Grünen in Lichtenberg. Der Titel des Panels ist ja Was erwartet Europa von der deutschen Bundesregierung? Und ich merke jetzt, dass wir hier ganz viele verschiedene Perspektiven haben. Welches Land, welche Partei, welche Bewegung, was von wem erwartet. Und wir uns vielleicht auch ein bisschen wieder in den kleinen, kleinen und diesen kleinen Debatten verlieren. Mir selber als jemand, der viel im internationalen Raum unterwegs ist, hilft es da immer so ein bisschen, auch den Blick von außen nochmal zu hören und zu sehen. Und die Frage, was erwartet eigentlich die Welt und was erwarten eigentlich vor allem die Akteure, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, die für unsere Werte von Ökologie, von Menschenrechte, von Solidarität stehen, eigentlich von Europa. Und ich glaube, dass wir uns da auch ganz schnell wieder einig sind, wenn wir das spiegeln. Die erwarten zum einen in der Zeit, wo Trump oder beziehungsweise die USA durch Trump ausfallen als Partner, dass Europa da steht und an ihrer Seite steht und das vielleicht dann noch ein Stück weit konkreter macht. Ich fand das ganz spannend, mal im Ausland gewesen zu sein und mit einer Friedensbewegung auf den Philippinen gearbeitet zu haben. Und da sagte mir damals derjenige, der diese Friedensbewegung anführte, für mich ist Europa das Zeichen, dass man Frieden lernen kann. Ich würde heute sagen, ist das vielleicht auch ein lebenslanger Lernprozess. Aber ich glaube, wenn wir diese Außenperspektive nehmen, dann kommen wir vielleicht bei der Frage auch nochmal ein kleines Stück weiter. Danke für diesen Hinweis. Das war ja keine Frage. So, wir kommen jetzt aufs Podium und machen eine Schlussrunde. Jeder und je, also jede, kann vielleicht eine Frage auswählen, die sie angesprochen hat. Und vielleicht das sagen, was noch nicht gesagt worden ist, Europa mit Herz. Dann machen wir auch dieses Podium mit Herz noch zu Ende, die letzte Runde mit Herz. Möchten Sie anfangen? Es gibt einige, die leider nicht gefragt haben, aber wir haben jetzt leider diese Auswahl getroffen. Nächstes Mal. Ja, ich finde das sehr schön, was Sie gerade gesagt haben. Ich denke, man muss auch ab und zu mal seine eigene nationale Brille absetzen, die europäische Brille aufsetzen und auch mal von außen gucken. Denn wir werden wirklich von sehr vielen beneidet. Wir haben heute das Glück, auch wenn wir vielleicht Probleme mit Polen und Ungarn haben und anderen. Im Großen und Ganzen leben wir in Rechtsstaaten. Und das ist etwas, finde ich, das doch im Großen und Ganzen, ich habe nicht gesagt im Kleinen, aber im Großen und Ganzen ist das ein Wert, den wir haben, für den wir doch von vielen von außen beneidet werden. Wir haben einen europäischen Gerichtshof, der auch das europäische Recht sehr weit vorangetrieben hat, den Zusammenschluss gefördert hat. Wir können unsere Rechte einklagen und ich finde, das finde ich persönlich sehr wichtig. Aber um auf das Herz zurückzukommen, ja, ich wünschte mir für das europäische Projekt wirklich mehr Stolz, mehr Leidenschaft. Oder Helmut Schmidt hat, glaube ich, mal gesagt, wenn man in die Politik geht oder sich für Politik einsetzt, dann braucht man Leidenschaft, Augenmaß und Verantwortung. Und ich glaube, diese drei Dinge sollten wir unbedingt auch auf europäischer Ebene haben. Und wir brauchen vielleicht auch manchmal Symbole, würde ich sagen. Und wenn man zum Beispiel an Frontex denkt, unsere Agentur für Grenzsicherung und so, denke ich, wäre es ja schön, wenn die zum Beispiel irgendeine europäische Uniform tragen würden, anstatt, dass sie eine nationale Uniform tragen, wo man dann eben nur die einzelnen Mitgliedstaaten sieht, die dann ihre Personen dorthin schicken. Das wäre doch schön, wenn man das mal wirklich auch so visualisieren könnte. Okay. Aber zumindest seien wir auch mal ein bisschen stolz auf das, was wir geleistet haben. Schön. Das ist eine gute Erinnerung an uns alle. Vielen Dank. Frau Perszynska, was würden Sie zum Schluss uns mitgeben? Ich glaube, dass die EU nicht nur die Union der Mitgliedstaaten ist, sondern das ist die Union der Gesellschaft, das ist die Union der Mitgliedstaaten. Aber unfortunately, in some member states, the citizens do not have resources to push the state. To put it very bluntly, they don't have funds, they don't have money for very, very basic logistical needs. And that's why, if the EU wants its citizens to be active, it also has to be ready to provide some support to the citizens of the European Union so they can be active and they can promote the European value. At the moment, we have this very strange situation when it's much easier to get the European founding, to promote democracy in Ukraine than to do it in Poland. This has to be changed. And about positive message on the European Union, again, we complain too much, we have to be, we really, we have reasons to be proud of Europe, of our achievements, and it refers also to Poland. Poland has done a lot in the 25 years of its transformation to change our country, our political system, to become a really European state. And we have to remember about it in these difficult times, but what I wanted to say here, you have to remember about it. It's, it's very important that we are, yes, there is problem now in Poland, but it happened just two and a half years ago. And before we had 20 years of successful transformation. Thank you. Vielleicht auf Ihre Anmerksamkeit nochmal einzugehen zur Außenpolitik. Es ist aus meiner Sicht wirklich das Gemeinsame, dass man wirklich, wenn man gemeinsam zusammenarbeitet, eben bei den Militärausgaben senkt. Und auf der anderen Seite, so schwierig, wie die Lage weltweit gerade ist, und man ja eigentlich eher am Verzweifelnden ist und denkt, man muss sich eine Bettdecke über den Kopf zu ziehen. Und das schlägt jetzt eigentlich die Stunde Europas. Und wir haben mit Blick auf den Iran und das Nuklearabkommen im Prinzip jetzt 60 Tage Zeit, um als Europäer unter Beweis zu stellen, dass wir als Europäer uns nicht erpressen lassen, sondern dass wir gemeinsam handeln. Wenn der Druck von außen am größten ist, ist auch immer wieder eine Chance, um gemeinsam deutlich zu machen, wir haben eine europäische Souveränität aus uns selbst heraus. Und auch, und das ist, glaube ich, fast noch essentieller, dass diese Europäische Union gemeinsam dafür einsteht, internationales Recht und Multilateralismus weltweit hochzuhalten. Und das ist jetzt was, wo wir gemeinsam als Europäer in diesen nächsten 60 Tagen dran arbeiten müssen. Denn das größte Friedensprojekt Europa ist halt nicht nur der Frieden innerhalb Europas, sondern als Friedensmacht in der Welt dafür einzutreten, dass nicht der stärkere Recht hat, sondern die Stärke aus dem internationalen Recht kommt. Und ich glaube, das ist Auftrag für uns alle als Europäer. Und dann in diesem ganzen Alltag, was Hanna Neumann mitgesagt hat, immer wieder sich deutlich zu machen, ja, da gibt es Mehrheiten im Europäischen Parlament, wo wir sagen, auch als Grüne unterstützen wir so gar nicht, weil es eben nicht ein ökologischer Kurs ist und man an fossilen Energien festhält und nicht auf erneuerbare Energien setzt. Aber so wie wir ja auch nicht den Deutschen Bundestag infrage stellen, bloß weil wir gerade eine große Koalition haben, müssen wir immer wieder auch deutlich machen, wir stellen doch nicht die europäische Idee infrage, weil wir gerade da Mehrheiten haben, die eben nicht einen progressiven Kurs vorantreiben, sondern Europa ist ein Wert an sich, für den wir immer wieder kämpfen müssen. Und deswegen müssen wir gemeinsam in diesem Jahr, was uns jetzt bleibt, dafür kämpfen, dass die progressiven Kräfte in Europa gestärkt werden und wir bei der nächsten europäischen Wahl gemeinsam dazu kommen, eben dieses Friedensprojekt Europa im 21. Jahrhundert weltweit voranzubringen und als Friedensanker in der ganzen Welt zu fungieren. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer meinen Dank, unseren Dank an die Podiumsteilnehmerinnen, an Sie, liebe Gäste, liebes Publikum. Ich danke vor allem aber den Organisatorinnen und Organisatoren dieses Tages, dieses Nachmittags, Florian Kommer und unser Team, toll, eine super Konferenz. Unseren beiden Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die uns unterstützt haben, vielen Dank an dieser Stelle. Natürlich dem technischen Support und wie gesagt Ihnen allen, euch allen. Es gibt natürlich auch mal Beschwerden oder Anmerkungen oder Wünsche. Dafür gibt es die Fragebögen, die, glaube ich, auf jedem Sitz liegen oder vorne liegen beim Ausgang. Da können Sie alles reinschreiben, was Sie uns sagen konnten, wollten, aber nicht konnten. Alles Gute, einen schönen Abend und bis bald.